Leute, was geht? Willkommen zu der zweiten Podcast-Folge. Heute mit einer Glabbecker Legende. F. Nazizi, F.A.R.D. Wie geht's dir, Bruder? Gut, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, vielen Dank. Ich freue mich echt, dass du da bist, Bruder. Wirklich. Danke für diese schöne Anmoderation. Da fühlt man sich... Ich weiß nicht, ob ich... Das war noch zu wenig für dich, Bruder. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Seit kleinem auch bin ich ein Fan. Danke. Ich hoffe, ich komme jetzt auch in diesem Podcast nicht wie so ein kleiner Fan rüber. Aber wenn es passiert, dann ist es eben so. Ich schäme mich dafür nicht. Für mich ist F.A.R.D. einer, Bro, der Glabbeck repräsentiert hat, der Ruhrgebiet repräsentiert hat. Und früher, immer, wenn ich meine Stadt erklärt habe, woher ich komme, habe ich immer gesagt, da kommt F.A.R.D. her. So weißt du, wie ich meine? Danke, Mann. So war das. So war das. F.A.R.D., bei der letzten Folge habe ich ein bisschen verkackt. Ich versuche jetzt am Anfang immer, den Künstler vorzustellen. Und dass der Künstler selber auch nochmal sich vorstellt. Dich brauchen wir eigentlich nicht vorzustellen, Bro. Denn noch für jemanden, neuer Zuschauer, du weißt, vielleicht kennen mich auch Leute nicht. Stell dich kurz so, was du bist und was du machst, Bro. Hallo, ich bin der Thorsten. Und ich mache seit gefühlt 20 Jahren Rapmusik. Ich habe mit diesen Freestyle-Zeus angefangen. Mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht, hat sehr viel Bock gemacht. Ich bin durch ganz Deutschland gereist mit einem Rucksack und habe da wirklich Gegner herausgefordert. Und dementsprechend mir so ein Image damit so aufgebaut, einen Ruf aufgebaut. Dann irgendwann hieß es so, ey, mit Freestyle kommt man nicht weiter, du musst Alben machen. Und dann habe ich mich in so einen Prozess reingesteigert. Und dann habe ich dann irgendwann jetzt mittlerweile meine 13, 14 Alben... Auf die Alben und so weiter gehen gleich ein. Also ihr habt schon selber rausgehört, Leute, Vater ist Rapper und ein sehr begnadeter Rapper. Wenn nicht einer der Besten in Deutschland ist, sage ich es euch, wie es ist. Ich sage es euch, wie es ist, bevor wir anfangen, erzähle ich den Leuten kurz, wie wir uns kennengelernt haben, okay? Ja, gerne. Soll ich das aus meiner Sicht erzählen? Ich sage es den Leuten mal. Also in Deutschland gibt es eine Handvoll Leute, die ich sehr mag, was Musik angeht. Und es gibt Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, okay? Ich habe ja schon gerade am Anfang gesagt gehabt, ich bin mit dir aufgewachsen, wir kommen aus derselben Stadt. Und dann hat man noch eine andere persönliche Bindung zu dem Künstler. So, und ja, wie es halt Leute machen, man postet ein Lied und dann repostet der Künstler, wenn er denn möchte oder wenn er das sieht. Und damals war es so, okay, cool. Er nimmt einem wahr, er repostet es. Und das fand ich einfach korrekt, weißt du, ich meine? Davon gibt es eine Handvoll Leute in Deutschland. Ich habe schon sehr viele Leute kennengelernt. Ich kenne auch sehr viele, die du auch kennst, mit denen du auch gut bist. Ich mag sehr viele Leute nicht. Deswegen sage ich auch bewusst noch einmal in dieser Folge, in diesem Format geht es mir nicht um Aufrufe oder was auch immer. Ich möchte hier Leute haben, mit denen ich auf einer Wellenlinie bin, die sympathisch sind und 0,0 arrogant sind. Weißt du, ich meine? Es gibt Menschen in Deutschland, die gibt es erst seit zwei, drei Jahren und fahren einen Film, Bro. Die fahren einen Film und zollen halt diesen gewissen Personen Respekt nicht. Und du bist einer, Bro, seitdem ich halt klein bin oder halt unglaublich groß geworden bin, auf der Berufsschule war ich dies, das. Und man kennt das ja, man geht zur Bushaltestelle, man geht zum Bus und Bro, glaube ich, ist klein. Wie oft habe ich dich gesehen und man hat sich gegrüßt und da warst du immer wohnenständig und korrekt, weiß ich meine. Und das war schönes, weil ich habe sehr oft erlebt, Bruder, dass ich Leute kennengelernt habe, dessen Musik ich gut fand oder die man einfach mitbekommen hat, Bruder, wenn man ein Deutschrad-Fan ist. Aber wenn du dann im echten Leben kennenlernst, Bro, abtörn seinen Vater. Der Typ soll halb seinen Vater haben, es interessiert mich nicht. Ich will hier einfach nur wohnenständige, coole Typen am Start haben. So, und für mich ist, Bruder, ich sage es dir, wie es ist, du bist ein lebende Legende, glaube ich. So, Punkt raus, Ende. Jetzt haben wir, glaube ich, genug Props verteilt, Bruder. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Alles gut, alles gut. Ich schämen soll und lachen soll. Nimm es einfach an, Bruder. Danke, danke. So war es, so war es. Und deswegen noch einmal, ich bin sehr froh, dass du da bist, Bruder. Sehr, sehr froh. Danke. Okay, Bro, ich würde sagen, wir fangen mit deiner Vergangenheit an, okay? Wie war das damals, als du mit Musik angefangen hast? Konnte man damals damit Geld verdienen? Gar nichts. Gar nichts. Draufzahlen. Draufzahlen. Erzähl, dein erstes Album. Boah, mein erstes Album war wirklich so, ich habe es mit einem Kumpel in Hagen aufgenommen. An dieser Stelle, ich stelle schon einen Grüße an Klitko. Der macht jetzt auch nicht mehr so proaktiv Musik. Der hatte so ein Studio. Sein Vater war Teil einer großen Band, so aus dem Ruhrgebiet. Und dann durften wir da halt aufnehmen. Jeden war klar, wir werden kein Geld damit verdienen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich einen Autounfall, beziehungsweise ich wurde von meinem Haus überfahren, von dem Haus meiner Eltern. In Klappek? Ja, ja, ich wurde da überfahren und hatte dann so einen Schienen- und Wadenbeinbruch. Das ist eine lange Oldtimer-Story so. Und deswegen habe ich in Deutschland ein bisschen Schmerzensgeld bekommen. Und von dem bisschen Schmerzensgeld, was ich bekommen habe, habe ich mein erstes Tape finanziert. Das wusste ich gar nicht. Hast du das in Interviews gesagt? Schon mal irgendwo. Hä, schon mal, Alter. Okay. Und dann kam ein bisschen Geld zurück. Das war aber eher so kostendeckende Arbeit, Bro. Dann kam Omertha, dann kam Talion, dann kamen die Auftritte, dann kam das erste Money. Aber das ist auch wirklich. Ja, warte doch mal, Bro. Das Ding ist, du hast ja Lieder gehabt, die haben auch Hype gemacht. Du hattest Hits, Bruder. Damals, zu dem Zeitpunkt, als wir halt noch jung waren und uns diese Musik angehört haben auf YouTube, jeder hat einen scheiß MP3-Player. Damals hatten wir alle deine Algen oder auch von den anderen Künstlern alle auf einen scheiß MP3-Player. Gab es damals Tools, wo du sehen konntest, wie viele Downloads es gab? Hast du noch die Summe im Kopf? Bro, ich weiß noch, das habe ich auch vor kurzem immer mal gedlopft. Lied die Seite nochmal, wo die Album hochklammert sind. Fat Rap. Fat Rap. Danach gab es Goldesel und Geiles Schlimm. Ich hatte mal ein Tape rausgebracht, das hat in den ersten 24 Stunden 160.000 Downloads gehabt. Oh, Bruder. Und ich war so, ey, Bro, ganz alt, 160.000 Mal, ich werde da keinen Cent damit verdienen. Es war halt böse Abturnen, ne? Was ging dein Kopf ab, Bruder? Ja, es war für mich zu dem Zeitpunkt, ich war ein junger Bengel, für mich war Geld so, damit zu verdienen, so weit weg, so wie die Erde von der Sonne, so. Das war so, ich so, wie soll ich das machen, kann man mit Rap-Musik Geld verdienen. Aber irgendwo tief immer drin war so ein Antrieb, so eine Sehnsucht, damit Geld zu verdienen und deswegen bin ich auch dran geblieben. Nicht das Geld deswegen, sondern so diese Aussicht auf, ey, das müssen viel mehr Leute hören und dadurch, dass es aber auch so viel gedownloadet worden ist, hatte man manchmal gar keinen Bezug dazu, wie viele Leute das eigentlich tatsächlich hören. Aber ich kann dir eine lustige Geschichte erzählen, weil du auch schon sehr lange YouTube machst. Auf jeden Fall. Ich habe irgendwann meinen YouTube-Kanal eingerichtet, was geht ab, Mann 1, richtig lustiger Name. Der Kanal ist immer noch. Der URL ist immer noch. Ich weiß, ja. Und das Ding ist, ich weiß noch, Digga, ich habe damals, als YouTube ich angefangen habe, war das so, du konntest Minutentakt sehen, wie viel Geld du verdient hast. Du konntest im Stundentakt sehen, wie viel Geld du verdienst. Das heißt, ich bin auf meine Seite gegangen, du musstest dich da einloggen, damals noch mit einem Passwort, es gab keine andere Möglichkeit über dem PC. Dann hast du auf Enter gedrückt, dann stand da beispielsweise 25, 26 Dollar. Wie viele Aufrufe, weißt du es noch? Das weiß ich nicht, aber es war ultra überdimensional. Ich kann dir gleich ein Beispiel sagen. Dann hast du fünf Minuten später wieder auf Enter gedrückt, dann stand auf einmal 30 Dollar. Also du konntest die ganze Videos, das hat jener gemacht. Und ich habe damals, das ist so unglaublich, mit ein paar Videos, es waren nicht mal so gefüllt 15 Videos. Jetzt habe ich mittlerweile das 200-fache davon auf meinem Kanal. Aber damals mit 15, 20 Videos habe ich am Tag 500 und bis zwischen 500 und 1000 Euro gemacht. Niemals. Doch. Jetzt erzähle ich dir was. Als ich mit YouTube angefangen habe, gab es diesen Tool auch. Also pass auf, in der YouTube-Partnerschaft lief es wie folgt. Du brauchst gewisse Aufrufe und YouTube hat dir selber angeschrieben, dass du im Partnerprogramm teilnehmen sollst. Soweit war ich damals nämlich, ich war doch zu jung. Also zu dem Zeitpunkt, du kennst diese ganzen Leute wahrscheinlich. Alberto und so. Früher kennst du das bestimmt. Das waren so einer der wenigen, die diese Partnerschaft bekommen haben. Und ich weiß auch durch Insider, wo du es auch mal sagst, habe ich jetzt auch wieder einen Schock bekommen. Die Leute haben mit 10.000, 100.000 Aufrufen 10.000 bis 20.000 Euro verdient. Das ist heute gar nicht zu vergleichen. Das war krank. Fad, als deine Hits kamen mit Reich und Schön und sowas. Wie viele Kicks haben wir? Weißt du was noch? Verfolgst du das eigentlich? Gehst du manchmal immer noch auf YouTube und guckst? Ich bin auch ein Freak, Bruder. Ich kenne alle meine Videos. Ich mag das. Ich mag das. Das ist meine Legacy. Das ist mein Erbe. Natürlich. Wie viele Aufrufe hat Reich und Schön? Ich glaube jetzt so 36, 37 Millionen. Ach du Scheiße. Zu der Zeit, wo das so gegangen ist. Warte, lass dir das mal auf der Zunge vergehen. 37 Millionen Aufrufe. Weißt du was das heißt? Ja. Weißt du was das heißt? Und wir reden nicht von Fake auf. Wir reden von echten Aufrufen. Damals gab es so eine Handvoll Leute, die Musik gemacht haben, Bruder. Und du warst einer der ersten und du hast Hits auf Hits gemacht. Jeder kennt dich in Deutschland. Peter Pan. Die Leute können mir nicht sagen, die kennen das Lied nicht. Wie viel Kicks hat das? Das ist auf mehreren Kanälen online. Auf einem Kanal hat das 10 Millionen, auf meinem Kanal hat das 5 Millionen. Mehrere Kanäle haben das damals hochgeladen auf YouTube. Also auch so 15, 20 Millionen Klicks auf YouTube. Weißt du da noch die Zahl, wie viel man verdient hat mit den Klicks noch damals? Also da hat sich das dann schon irgendwann verändert. Da hat sich das schon verändert. Das hat sich ziemlich zeitnah verändert. Das ging nur vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre so gut. Ey Bruder, ich war aus dem Häuschen. Erstmal kam richtig kontinuierliches Geld rein und so. Bei wem warst du gesigned? Bei mir selber. Das heißt, du warst gar nicht mit einem Label, dass sie deine Videos geklappt haben und an deinem Videos... Nein, das gab es auch gar nicht. Das gab es gar nicht so richtig Netzwerke und so. Wann kam das? Das kam... Also ich, wo ich das erste Mal gehört habe, ja geh doch zu einem Netzwerk, dann die gönnen sich um deine illegalen Uploads und so kümmern etc. Das muss irgendwann zu reich und... Bis noch später als reich und schön gewesen sein. Also wirklich erst 2012, 2013. Vorher war das einfach, ich hab mich da angemeldet, dann kam das immer direkt ohne abgrasen. Was haben deine Musikvideos geklappt damals? Mit welchem Geld hast du denn die Videos finanziert, Bro? Mit dem YouTube-Geld. Nur mit YouTube-Geld. Nur mit YouTube-Mann. Ja, die Videos waren auch nicht so teuer damals, ne? Also wir hatten ja auch nicht so viel Geld. Die ganze Szene hatte nicht so viel Geld, soll ich aber sagen? Die Videos fand ich aber damals geiler als... Ich glaub, das ist so ein Nostalgie-Ding, aber damals diese 3-4 Schnitte an einer Kulisse, es ging mehr um Musik, weiß ich meine. Aber ihr habt trotzdem immer das Beste raus, weiß ich meine. Erzähl mal, ich hab dich unterbrochen. Ja, alles gut. Das war halt so, die Videos, die ganze Szene hatte nicht so viel Geld. Die Beat-Leute hatten kein Geld, die Rapper hatten kein Geld. Also wenn wir von keinem Geld reden, rede ich nicht, dass wir arme Kirchenmäuse waren, sondern wir kamen über die Runde, man hat sein Geld gemacht, so irgendwie durch Auftritte, durch Club-Shows. Dann war es aber auch so, dass du teilweise natürlich dem Produzenten Geld geben musstest, den Video-Leuten. Da ist jetzt nicht so viel geblieben, dass man sagt, ich kann jetzt 5 Jahre irgendwie meine Füße so hochlegen. Das hat sich erst viel später alles eingespielt. Ab wann kam das erste große Geld? Nicht durch die Musik-Video-Einnahmen von den YouTube-Videos, sondern dass du mal irgendwann mit deinen ganzen Alben irgendwo hingegangen bist. Ich weiß bis heute nicht, wo du gesigned warst oder wo du halt Vorschüsse bekommen hast, aber wo hast du als erstes gesigned und wo kam der erste Deal? Also was war der erste Deal? Ich habe tatsächlich nie irgendwo gesigned. Du hast nie irgendwo gesigned? Nee, alle meine Alben sind bei mir. Okay, jetzt frage ich mich, ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist gut. Ich glaube, zu der Spotify-Zeit ist es natürlich viel besser gewesen. Träumchen. Das ist so ein Katalog, Bruder. Und diese Hits werden ja von den Leuten, die dich jahrelang verfolgt haben, immer noch angehört. Weißt du's? Safe. Ich habe jetzt mittlerweile nicht fest... Wie läuft das denn ab, Bruder? Guck mal, ich unterbreche nochmal. Was passiert denn? Spotify schreibt dann einen an und sagt, ey, guck mal, nee, nee, nee. Das ist halt ein ganz normales Geschäftsmodell. Spotify, Amazon, dies, das. Du bist bei einem Vertrieb und je nachdem, wie der Vertrieb arbeitet, betten die das alles für dich ein. Ich bin mit Universal so ein bisschen im Vertriebsverhältnis. Und die kriegen dafür ein paar Prozente von mir, aber dementsprechend kümmern die sich auch genau um solche Sachen, wie zum Beispiel bei Spotify die Sachen hochladen, zu gucken, dass alles glatt läuft, etc. Pipapo, die Sachen ausliefern, wenn so ein neues Release ansteht. Du kannst es aber auch alles eigenständig machen und es so nur noch acht oder sieben Prozent abgeben. Dann hast du aber mehr Arbeit. Also es ist immer so je nachdem, wie man darauf Bock hat. Ich weiß auch, als damals so 2012, weil du meintest, wann kam das erste Geld ins Spiel? 2012, 2010. Zehn Jahre her, Bruder. Haben die ersten Rapper richtig dicke Vorschüsse bekommen. Und ich sagte... Solltest du dich oder kamst du dann keine Deeds ran? Das war so. Du kannst mir nicht erzählen, dass keiner dich wollte. Doch, tatsächlich wollten welche von Universal mit mir einen Deal machen. Aber genau diese Abteilung wurde aufgelöst, nachdem sie mit mir so geredet hat. Die hatten irgendwelche Probleme intern. Und damals hat mich das getriggert, weil ich dachte mir so, ey, jetzt hat einer irgendwie... Ich sag's dir ganz offen und ehrlich, ich hab mich so dann gehört, der eine hat für sein Album 100.000 Euro bekommen. Und für mich war 100.000 Euro... Und immer noch, immer noch sind 100.000 Euro viel Geld. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich so, boah, wie kann man 100.000 Euro, wie sieht das aus auf dem Konto? Wie fühlt sich das an? Wie riecht das? Wie schmeckt das? Und das, was wir aber damals alle nicht wussten, ist, dass wenn die diese Deals machen, das sind... Jetzt wird's ein bisschen zu nerdig. Nein, nein, genau den Topf... Aber es sind dann Bandübernahmeverträge. Das heißt, ab dem Moment, wo du eingespielt hast, hast du nur noch 20% oder 30% im besten Fall von deinen Rechten. Und den Rest, diese 70, 60, 80% kriegt die Plattenfirma. Das heißt, und du recoupst auch nicht mit 100%, also du spielst auch nicht mit 100% ein, sondern nur mit deinen 30%. Also das ist so ein... Das ist eigentlich ein... Oder was ist dann mit der Rap-Szene los, dass sie das alles so gepusht haben mit, ja, ich hab ein Millionendeal, diesmal, aber wenn du es nicht recoupst, dann musst du auch gewünscht. Ja, es kommt halt... Ist ja wie ein Kredit, was du zählst. Heutzutage wissen ja viele, dass sie einen Vertriebsdeal machen. Und einen Vertriebsdeal zu machen bedeutet dann im Endeffekt, du bekommst 80% oder 75% oder 85% oder 90% und die Plattenfirma oder der Vertrieb in dem Fall bekommt dann nur 10, 15%. Dafür aber geben die dir eine Million und du kannst damit schön hauswirtschaften. Aber nochmal, um eine Sache richtig einzuordnen, ne? In der freien Marktwirtschaft gibt es fast keine so starke Rendite wie in der Musikbranche. Nur das Ding ist, bei der Musikbranche ist ein großes Risiko, immer mit verbunden, dass zum Beispiel, wenn du jetzt jemandem eine Million gibst und deine Marge als Vertriebler ist irgendwie 10, 15, 20%, das ist eigentlich sehr viel Geld. Das ist 20% auf eine Million als Rendite zu haben für die nächsten 10 Jahre, ist unglaublich. Das Ding ist aber, mach das gleiche mit Immobilien und du hast halt, wenn du eine gute Lage findest, eine gute vermietbare Immobilie, dann hast du nicht so einen Risikofaktor wie mit so einem Künstler, der irgendwie an Depressionen leidet, der an anderen Sachen leidet, der Künstler-Depressionen sind gang und gäbe oder an Künstler-Wahnsinn teilweise leidet und einfach ein Jahr nicht ans Telefon geht und deine Million ist irgendwo bei denen. Darf ich zu den Depressionen hier mal kurz einschalten? Ich hatte Fahrt damals schon gefragt, ob wir eine Steigeinfolge drehen wollen, da hat es auch mein Format mit dem Auto, das war Room Cruise, und er hat mir sofort zugesagt gehabt, dann habe ich mich aber bei ihm drei Monate nicht gemeldet gehabt, weil ich selber in einem Loch war, Bruder, ich hatte gar keine Lust mehr auf YouTube. Dann habe ich mich auch bei dir entschuldigt gehabt, ich glaube, da habe ich dich irgendwann im Wittring oder irgendwo habe ich gesehen, oder da glaube ich, ist klein, man sieht's, da habe ich mich auch direkt entschuldigt gehabt, und jetzt ist wirklich der Tag gekommen. Okay, Fahrt, damit wir dieses Thema abschließen können, Bro, was würdest du denn den Künstlern heutzutage vorschlagen? Macht euer Ding, macht euer Ding, seht zu, dass ihr selber so einen Künstler... Mich fuckt das ab, Bruder, wenn ich Leute sehe, die 10.000 Follower haben oder einen Hit haben, dann direkt einen Manager haben, dies, das, werden geknebelt, dies, das, was würdest du den Leuten so sagen? Macht euer Ding mit euren Freunden zusammen, wenn ihr meint, ihr braucht Manager, dann braucht ihr einen, aber dann seid auch bereit zu teilen. Bist du der Meinung, dass man einen Manager braucht? Manche Künstler ja, viele Künstler ja, viele Künstler. Viele Künstler sind wirklich Menschen, die gut in einer Sache sind, wie zum Beispiel kreativ sein, aber den täglichen Ablauf, den täglichen Prozess, diese Koordination, die Logistik, da kriegen die nicht hin, Bruder. Das ist nicht, du siehst das vielleicht aus deinem Standpunkt, du hast dir alles selber erhustelt, du hast dir das aufgebaut, du weißt sogar, ich hab das gerade gesehen, du gehst selber hinter die Kamera, kennst die Einstellung etc., aber diese Künstler, von denen ich jetzt rede, das sind oft Leute, die kannst du ins Studio geben, die ganz so einen geilen Beat geben und die machen dir dann auch einen krassen Song, aber stell die in den Alltag und die gehen unter. Deswegen denke ich, dass bei vielen ein Manager angebracht ist. Jetzt kein Abziehmanager, so, weißt du, wie man das so kennt, ich krieg 60, du kriegst 40%, sondern so einen seriösen... Seid ihr ganz ehrlich, nur selbst 30% oder 20% ist zu viel für einen Manager, so. Also ich rede nur aus der YouTuber-Ebene, wir reden ja gerade für die Rapper, aber ich hab's nie eingesehen, an irgendein Netzwerk oder irgendwas abzudrücken, Bruder, weil, was soll mir das denn bringen? Bist du nicht bei, bist du bei keinem Netzwerk? Also ich war mit 16 oder 17 in einem Netzwerk drin, zwei Jahre haben die mich geknebelt, haben 30% von meinen YouTubern angenommen und wollten mir dafür Placements besorgen, keine Ahnung, dass mich irgendeine Wasserfirma kurz sponsert oder irgendeine App dann kommt, sodass ich das ein bisschen ausleicht, aber ist ja nie passiert, weil in einem Netzwerk waren 1000 YouTuber drin und die haben immer mit so großen YouTubern geworben und deswegen ist man selber reingekannt, weil die da mit Cross-Promo... Man dachte, ja, ja, klar. Weißt du, ich meine, und dann waren wir da halt zwei Jahre gefangen, hat da Geld abgedrückt, aber zum Glück bin ich da raus. Also den Influencern da draußen würde ich nie raten, in ein Netzwerk reinziehen oder bei irgendjemand was unterschreiben. Bevor ich bei jemandem unterschreibe, guck ich einfach, wofür wirbt denn gerade jeder Kek? Weißt du, ich meine, man sieht doch, okay, einer macht Fresh-Werbung, einer macht dafür Werbung, schreibt die Firmen einfach selber, doch die werden dir das Geld zahlen. Weißt du, ich meine. Klar, wenn man jemanden hat, der das ein bisschen koordiniert und so, safe, aber ich will selber wissen, mit wem ich rede. Weißt du, ich meine. Das ist ja auch eine gute Einstellung, wenn du das hast und wenn du das auch so, ich meine, du machst das auch sehr viele Jahre schon. Du bist ja auch jetzt seit zehn Jahren Minimum am Start und da musst du immer diese eine Sache berücksichtigen, du hast diese ganze Scheiße schon einmal gefressen, du hast dieses ganze Lehrgeld schon selber bezahlt. Du könntest quasi, in deiner Position, wo du bist, bist du schon selber für deine Sache ein OG. Du könntest selber jetzt jüngeren Leuten, die gerade das machen wollen, was du schon machst. Ich könnte alle knebeln, wenn ich will verarsche. So, Bro, dieses Lehrgeld ist ein gutes Sprichwort. Lehrgeld war ja das größte mit Suchti. Du hast das ja auch mitbekommen gehabt. Ich habe eine Menge Geld verdient, Bro. Ich habe auch eine Menge Packungen verkauft. Sehr viele. Ja, habe ich mir gekauft. Sehr viele. Ich habe Millionen verkauft. Ich habe das gesehen in vielen Läden. Überall. Ich habe das gesehen und fand auch das Design richtig geil. Bro, viele sagen immer, es war so ein Kindeschen und sowas, aber auch wenn die Leute das sagen, ist mir scheißegal, weil das ist eine Packung gewesen, wo Augen drauf sind, okay? Jetzt stell dir mal vor, das ist bei Kaufland drin und da ist ja nicht nur meine Klientin an Kanacken, die das sehen wollen, sondern da gehen irgendwelche Rummiss rein, irgendwelche Tanten rein und die kaufen das einfach für ihre Kinder. Und das Ding lief, Bro. Lief. Ich habe sehr viel Geld verdient. Ich weiß nicht, ob ich sie... Komm, ich sage dir so mal einfach mal, okay? So wollte ich eigentlich nie sagen, aber ich habe an Suchti eine halbe Million verdient, okay? Eine halbe Million Euro. Stark. Jetzt noch Steuern, dies, das. Aber ich weiß, dass ich... Wir sind ja gerade immer noch im Rechtsstreit. Ich weiß, dass mir locker eine Million bis zwei Millionen geschuldet wird, weil ich habe ein Kaufland hier bekommen gehabt und du musst dir vorstellen, warum der Bruch kam. Das haben die Leute vielleicht nicht so gut verstanden gehabt. Ich erkläre das aber auch nochmal für dich. Es kam so weit, dass wir sehr gut verkauft haben und dann hieß es, ey, wenn wir jetzt noch einmal in NRW die Kauflandaktion wegverkaufen, dann kriegst du nochmal eine bundesweite Aktion. Verkaufst du das aus, kriegen wir eine Listung. Listung heißt, Bruder, die bestellen auf einen Schlag 10, 20 Millionen Packungen, weil das muss ja in jedem Laden sein. Ich habe NRW, ich habe bundesweit alles ausverkauft, okay? NRW in zwei Tagen, bundesweit in fünf Tagen. Also die Packungen, die die von uns gekauft haben. Ich will letztlich die Summe sagen, das war eine Menge. So. Das Problem zu den Zeitungen war aber, wenn die dann sagen, wir machen eine Listung, müssen wir in Vorkasse gehen und produzieren. Das heißt, da ich ja Investoren hatte und wir von Anfang an abgemacht haben, so wie es im Vertrag stand, ihr seid die Investoren, ich bin das Gesicht und das Marketing. Das kostet ja auch Geld. Die Leute nehmen das ja nicht. So, die sagen, nee, ich habe mehr gemacht, weil ich geleistet habe. Nein, Mann, ich habe mehr geleistet, weil ich habe verkauft. Den ersten Schritt, okay, wo die investiert haben, alles schön und gut. Ja, ihr habt einmal 100.000 Euro auf den Tisch gelegt, aber dass es ein Selbstläufer wird, war klar, in meinen Augen. Weil wie viel wird denn bei 100.000 Euro produziert, weil lass es 100.000, 200.000 Packungen sein. Verkauft sich das Ding, wirkt man Kunden an, indem man einfach die ganzen Läden anschreibt, und dann kann man hochrechnen, wie viel man verkauft hat. Dann kam es für den Punkt mit den Kauflandsachen, okay? So. Dann habe ich aber auch mein Geld beharrt. Ich wollte mein Geld haben, weil, Bro, ich habe auch, Kosten zu nehmen, ich will investieren, ich will Sachen machen, und wenn man eine Abmachung hat, im Sinne von, dann und dann muss ich mein Geld bezahlt werden, dann soll auch mein Geld bitte kommen. Deswegen nochmal zu dem Thema mit dem Management. Hätte ich ein Management gehabt, oder hätte das mit Anwälten vernünftig gemacht, dann wäre dieses Problem nie entstanden, sage ich dir so, wie es ist. Naja, um den Plan nicht zu verlieren, warum die dann von sich selber aus mir das Geld nicht geben wollten und nochmal selber investieren, weil eigentlich war es ja safe. Das Ding wurde gelistet auf Papier, es musste nur noch von mir persönlich unterschrieben werden, sodass ich sage, okay, lass uns loslegen. Warum das so war, dass die mir das Geld nicht geben wollten, die wollten mit dem Geld, was sie mir schulden, investieren, dass ich dann unterschreibe und das dann verkauft wird. Warum? Weil ich hatte schon mal einen kleinen Skandal, weil jetzt Videos von mir online gekommen sind, die sechs Jahre alt sind, wo ich so böse Wörter gesagt habe, die für uns eigentlich, weiß ich nicht, aber für die Leute nicht so gut sind. Und dann hatten die Angst, dass wenn sie jetzt aus eigener Tasche nochmal sehr viel Geld investieren und ich dann zwei Tage später vielleicht mal wieder für einen Skandal sorge, obwohl ich ja drei Jahre clean war, ich habe keinen bösen Content gemacht. Das waren einfach nur Leute, die Videos von mir genutzt haben vor sechs Jahren, aber das hat die so erschreckt, hatten die dann keinen Bock zu investieren und wollten mich dann unter Druck setzen, indem sie gesagt haben, das Geld, was wir dir schulden, haben wir bereits investiert, unterschreib den Vertrag und verkauf die Ware und dann kriegst du dein Geld. Und dann meinte ich, f*** durch. Das heißt, diese Millionen Packungen, die die gerade mit meinem Geld investiert haben, vergammeln gerade in deren Hallen und bei der Produktionsstätte. So sieht es aus. Was hättest du in meiner Situation gemacht? Ich habe doch schon mal mit dir drüber geredet beim Essen. Ich mag nicht als Typen so, du bist ein netter Kerl, du bist immer sehr höflich, sehr freundlich zu mir, aber ich habe eine Sache bei dir festgestellt und das ist kein Kritik. Auch wenn, auch wenn. Du bist sehr impulsiv, das weißt du ja selber. Ich glaube, dafür bist du auch bekannt, das mögen auch deine Zuschauer wahrscheinlich. Du bist ein sehr impulsiver Typ und ich glaube, manchmal wäre dir damit geraten, zu sagen, ey, lass deinen Impuls mal kurz beiseite, weil ich bin auch ein Mensch, ich war auch jahrelang so wie du, ich habe immer aus Impulsen heraus gehandelt. Und bei mir ist es aber so, wenn mein Impuls zurückgeht, keine halbe Stunde später, denke ich mir immer so, fuck, was habe ich da gemacht? Was habe ich da gesagt? Was habe ich so teilweise, ich raste richtig, ich bin teilweise richtig ausgerastet. Ich war auch früher sehr, ich hatte diese Aggressionsprobleme. Wir reden gleich darüber, keine Sorge. Ja, und deswegen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, jetzt unabhängig von dieser Impulsgeschichte, ich hätte das auch nicht mit mir machen lassen. Also jetzt, ich will jetzt nicht so klingen, so ich als vollerweise, na la la la, das bin ich nicht. Aber im Großen und Ganzen hätte ich wahrscheinlich auch versucht, zu sagen, ey, wisst ihr was, bevor ihr noch mit mir weiterhin Geld verdient, so verdient gar keiner mehr von uns Geld, ich ticke da sehr ähnlich wie du. Ich verzichte lieber auf meinen, anstatt dass ein anderer noch so sagt, ich mache mir die Taschen voll. Aber vielleicht hätte euch allen gut getan, aber das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich kann so Emotionen... ich werde da was zu sagen, rede. Vielleicht hätte euch gut getan, wenn ein Abi oder ein OG, der völlig neutral ist, reingekommen wäre und gesagt hätte, hör mal zu, du hörst jetzt zu und du hörst auch zu. Der Junge will nicht, dass ihr das Geld nicht ausstattet. Es kam zu der Sitzung. Okay. Es kam zu der Sitzung und trotzdem wurde ich am Telefon klein geredet und im Sinne von, weißt du wie das gefühlt, guck mal, auf Papier waren wir ein paar 50-50. Aber da die älter sind als ich, haben die mich immer als Ding gesehen. Du machst das. Weißt du, wem uns hast du das. Ist nicht. So lass dich mit mir reden. Und dann, du weißt ja, wie das ist, Bruder. Ein Türken sagt mal, guck mal, wenn ältere Männer oder Abis so sagen, das ist so, das ist normal bei uns. Das ist mein Sohn, mein kleiner Dings. Aber wenn du in dieser impulsiven Phase bist, wenn einer sagt, Olum, hör mir mal zu. Wer bist du? Du redest mit mir nicht so. Du bist ein Vater. Verstehe. Du hast an mir eine Menge Geld verdient, du hast in meinen Menninggang in deine Tasche getan und für die Zuschauer will ich das auch nochmal erklären. Die Leute, die das jetzt von uns hier hören und wie wir reflektiv darüber reden, die werden sagen, hässer, das hat man nicht gemacht. Ja, aber ihr versteht nicht, dass man halt mordlang auf Geld wartet und zu Hause auch Druck bekommt, weil man sich denkt, Mama, ich werde dir ein Haus da kaufen oder wir werden das und dann da investieren. Entsteht einfach Druck, verstehst du? Auch eine eigene Erwartung an dich selber, das du hast und deine Mama Es ist nicht nur eine Geldsache, es ist auch irgendwann eine Prinzipsache. In der Phase, wo halt diese Primetime war von diesem Getränk, liefen auch meine Videos sehr gut. Plus meine Klamotten liefen auch sehr gut und ich sage es dir, wie es ist, ich habe bewusst auf die Millionen oder die zwei Millionen geschissen, weil ich wusste, wenn ich jetzt genauso weitermache, wie ich jetzt weitermache, werde ich meine Millionen auch erreichen. Verstehst du, ich meine, deswegen habe ich hochgepokert, habe mich mit denen gezofft und dachte mir, ihr Hunde, auf diesen Geld, was ja auch immer, wie viele die investiert haben, bleibt jetzt sitzen, ist mir scheißegal, weil ohne meine Entscheidung oder ohne mit mir Abschaffung zu halten, haben die Leute nicht irgendwelche Moves zu machen. Und das macht mich sehr traurig, weil das war so ein geiles Community-Ding, ich habe das richtig krass hochgepusht, oder Leute von mir haben das... Du hattest Spaß daran richtig. Übertrieben, oder man ist auch stolz drauf. Bro, das ist ja so wie für dich, wenn du das erste Mal dein CD in Saturn siehst oder im Mediamarkt siehst, ich habe meine Eistee-Packung überall gesehen, Kiosk, da, 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 und du musst dir vorstellen, dieses Eistee-Ding wird ja von jedem belächelt. Ich will jetzt nicht so viel darüber hin, ich mache noch ein paar Sätze, dann sind wir durch. Nicht, dass das die Leute auch langweilt. Bro, es gab, vor mir war Kapi, dann kam ich und dann kam der ganze Rest, den du kennst, okay? Und ich war einer der ersten Bruder und es war einfach geil, es war einfach geil, weißt du, ich meine, naja, hat nicht geklappt, es war so wie es ist, jetzt bin ich in der Planung einen neuen zu machen, ich habe auch schon bereits im Patent angemeldet, ich bin auch mit der Produktionstimme, die das produziert hat, mit dem bin ich auch gut, mit dem haben wir auch einen Deal und jetzt liegt es nur noch an meinen Eiern, ob ich das durchziehen will oder nicht. Ich sehe durch, ja. Laut ihm, wenn ich anfangen würde, könnte ich direkt 2 Millionen abverkaufen an die deutschen Märkte, ja, dass wir uns das direkt abnehmen, wenn die Zuschauer es dann schaffen, die Dinger wieder weg zu verkaufen, kriegst du sofort eine Liste. Da siehst du mal, Bruder, 2 Jahre habe ich mit denen gekämpft, man kommt nicht rein, aber wenn du, und das ist nun mal so, Bruder, mit Allmanns Arbeit ist oder Leute, die in diesem deutschen Geschäft Ahnung haben, Bruder, dann kommt es so einfacher rein, das ist einfach so. Als Türke ist es immer ein bisschen schwerer. Das Ding ist, Bruder, ich finde es schade, dass diese Leute dann so mit dir geredet haben, weil im Endeffekt manchmal vergessen Leute, weil sie Geld zu einer Sache beitragen, dass da jemand ist, der auch 10 Jahre Blutschweiß, Tränen und Triumph, äh, Triumph, jetzt habe ich mal den ersten Album, Blutschweiß und Tränen reingesteckt hat und quasi diese Marke John Broke ja auch aufgezogen hat. Das klingt jetzt so nerdy, John Broke als Marke, aber es ist einfach auch so, dass deine Community ja auch dich supporten will, die wollen dich ja oben sehen, die wollen das ja anfeuern, die wollen ja quasi sagen, unser Mann ist der Beste, unser Mann ist der Erfolgreichste, das ist ja so ein Ding. Bruder, wir haben auf, ich habe nicht mal TikTok, hast du TikTok? Habe ich auch nicht gehabt, werde ich mir auch niemals machen. Oh, sag das nicht, du wirst es auch niemals, werde ich nicht. Wir können über irgendwas werden, was du willst, kein Problem, über was du willst, wird es nicht passieren. Bro, zu diesem Zeitpunkt, musst du dir vorstellen, es gab ja noch andere Marken, okay, und die habe ich auch immer wieder gedisst. Sag mal, jetzt das Beste. Echt, ja? Natürlich, wie hast du gedisst? 4Bro und so habe ich gedisst. Ehrlich? So wie ist das, Bruder, da gab es Diskussionen, die haben so ein, Kam dir nicht hin, lass mal klein, komm mal raus und so. nämlich gefragt, hey, willst du für uns werben? Ich meinte, ja, kann ich machen. Und zu diesem Zeitpunkt, muss ich dir vorstellen, ich habe nur meine Videos gedreht und habe dann frisch mit Livestreams angefangen. Das heißt, ich wollte irgendwelche Partner haben, wo man hinterstehen kann, was man einfach in den Hintergrund stellt, wo man ein bisschen Geld bekommt. Und das Geld wäre mir egal gewesen. Ich habe es auch ein bisschen, Bruder, guck mal, was ich gesagt habe. Ich habe zu diesem Zeitpunkt 3.000 bis 5.000 Zuschauer auf Twitch gehabt, jeden Tag auf dem zweiten Kanal Highlights hochgeladen, indem ich auch Videos weggehe. Du siehst ja, die ganze Rap-Szene sind alles YouTuber geworden. Früher wurden YouTuber beleuchtet, jetzt sind Rapper YouTuber geworden. Ich sage es so, wie es haben die alles von uns abgeguckt. Ist auch egal, jeden Tag ist das Ding gegönnt so. Aber du weißt ja selber, wie es ist, wenn man jeden Tag eine Platte mit 100.000 aufrufen, was das kosten müsste, dass die Leute dich bezahlen, dass das gerechtfertigt ist. Und guck mal, was ich den Leuten gesagt habe. Die waren damals neu und die wollten Geld investieren. Ich habe gesagt, wisst ihr was? Mach mit mir einen halbjährigen Vertrag. Gib mir im Monat 1.000 Euro. Gib mir 1.000 Euro. Gib mir 1.000 Euro im Monat. Ich trinke es immer im Stream. Es ist immer da. Es wird immer verlinkt. Man wird es immer sehen. Wow. 1.000 Euro. Geschenk. Haben die abgelehnt. Okay? Haben die abgelehnt. Ein Jahr später kamen die dann auf den Markt, haben dann ihre Gelder überall reingebucht. Okay? Und dann kam ja mein Eistee. Du musst dir vorstellen, diese ganzen Influencer haben sich ja kaufen lassen. Alle haben Werbung. Und an der Stelle ist auch kein böses Blut oder so. Jeder soll sein Ding machen, aber es war für mich geil, weil das war mein Konkurrentprodukt. Verstehst du? Ich habe bewusst und das auto ich jetzt auch gerne. Zum Beispiel muss ich zugeben, von dem viel Geschmäcker mochte ich selber eins nicht. Das war Bubblegum. Warum habe ich aber Bubblegum gemacht? Weil 4Bro Bubblegum am besten verkauft hat. Ob es schmeckt oder nicht. Das habe ich gemacht. Ich habe das probiert. Hat mir nicht gefallen. Ohne mich jetzt bitte anzuzeigen oder irgendwelche Filme zu machen mit dem Hintergrund. Habe dann einfach einen besseren gemacht, Bruder, und die damit abrasiert. Bruder, da gab es Politik. Ich weiß gar nicht, was für Nischenkriege wir hatten. Du musst dir vorstellen, bei denen lief es am besten in den türkischen Märkten und bei uns genauso. Unser Produkt lief so gut, Bruder, dass diese Leute dafür gesorgt haben, ey, wenn ihr noch weiter das und das da rein tut, werden wir teurer machen oder wir geben euch gar nichts mehr. Es lief dann aber so gut, dass Suchtie lief so gut, Bruder, die haben meine Packung hinten versteckt und die anderen, die nicht so gut verkauft haben, nach vorne getan, damit die ihre Ware wegbekommen. Verstehst du? So weit ging es schon. Und dann kam es zum Bruch, okay? Als es dann zum Bruch kam, haben die alles dafür getan, mich zu connecten, um mit mir ein neues Getränk zu machen oder mit mir um ein Angebot zu sprechen. Bruder, die haben ganz Deutschland angeschrieben, die mit mir connect sind. Bis heute habe ich denen nicht geantwortet. Jetzt grüße ich euch, liebe Grüße, mache ich nicht. Mich kannst du mit keinem Geld kaufen. Wenn ich was mache, mache ich aus meinen eigenen Eiern. Ich werde mich niemals für Geld verkaufen. Es wird niemals passieren. Du bist ein Hardliner. So, Bruder. Du bist ein Hardliner. So, so war das. Die haben mir echt, die hätten mir sehr, sehr viel Geld geworben. Glaub ich dir. So, aber drauf geschissen. Gut, dieses Thema für den Worte. Aber ich mag das. Auf der einen Seite bewundere ich das, dass du so konsequent bist. Safe, Bruder. Auf der anderen Seite... Ego, Bruder. Ego, sein Vater. Alter, Ego, Alter. Weiß ich, wie ich meine. So ein Ding. Juckt mich gar nicht, Bruder. Hat mich nicht gejuckt. So, ich sag's dir, wie es ist. Das ist gut. Ja. Bruder, ich finde, wenn man... Man sollte sich... Guck mal, wenn man es schafft, aus seiner Reichweite irgendwas Eigenes zu machen und lass es nur 5000 Euro sein, was du damit verdienst oder lass es 3000 Euro sein. Du machst aus deiner eigenen Kraft und musst dich nicht vor jemandem bücken, der dir sagt, du postest jetzt das, dann machst du das, dann machst du das. Boah, ich versteh dich. Ich versteh dich. Du willst dein eigener Herr sein. Du willst dein eigenes Ding machen. Ist fair. Kann jeder so schaffen, Bruder. Wenn du etwas Persönliches machst, ist es immer besser. Da ich weiß, dass sehr viele Zuschauer von dir auch gucken werden und wahrscheinlich auch sehr viele alten Hasen, das wird jetzt vielleicht die neue Generation oder meine Zuschauer, die neu dazukommen, nicht so interessieren, aber du weißt, ich bin ein Rap-Nerd gewesen und ein Fan gewesen. Deswegen, lass uns noch ein Thema aufmachen. Gerne. Du hast ja Beef mit Sido gehabt, Bruder. Du hast die gedisst. Bro, was hast du nicht gemacht? Du hast die Leute zerstört auf den Rap-Bettles. Du hast da deine Skripts geschrieben, hast ein Band auseinandergenommen, Bruder, das kennt ja jeder. Ich glaube, ich ist kein Kudor, Alter. Meine Jungs ärgern mich immer damit, wenn ich in Berlin sage immer diesen Satz, weil die kennen das ja, weißt du, ich meine? Bro, erzähl mir mal den schlimmsten Beef, den du hattest durch Rap, was du vielleicht so weit schon ging. Und noch eine Sache, die ich von dir haben möchte. Du hast ja harten Rap gemacht, Bruder. Gab es viele Leute in Gladbeck, die einen testen wollten zu dem Zeitpunkt? Oder warst du mit allem gut in unserer Stadt? Ja, natürlich gab es immer welche, jetzt nicht in Gladbeck direkt, die einen testen wollten, aber ich war damals auch kein Kind von Traurigkeit, war dementsprechend auch immer aus natürlicher Gegebenheit mit Leuten befreundet, mit denen ich aufgewachsen bin, die auch keine Kinder von Traurigkeit waren. Und weißt du, dieses Eintesten, das, 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 das... Nur getestet reicht mir schon, wenn du irgendwo rumläufst oder durch die Stadt läufst und die Leute gucken mich die ganze Zeit so an und warten drauf, ey, was guckst du, was willst du? Bruder, ich... Habst du das nie gehabt? Ich bin 1,90 Meter groß, ich bin so ein kaputter Kanacke, Bruder, wenn das einer mit mir macht, ich hau ihn direkt kaputt, oder er raucht mich kaputt. Eins von beiden muss passieren und ich glaube, Leute riechen das, wenn man testen kann und wenn nicht, die nehmen das wahr. Ich hab noch nie gehabt, dass irgendeiner gekommen ist und sagt, ey, machst du ja auf harter Rapper, dies, das, Bruder. Ich würde das im Keim ersticken, wenn das einer mit mir machen würde. Egal, wer das ist. Und wenn ich von denen die Schläge meines Lebens Gesicht jage, dass er das nicht mit mir macht, heute bin ich älter. Ich rede von einem jungen Pfad, der durch die Straßen gelaufen ist und richtig einen am Rad hatte und meine Freunde genauso und wir waren ja damals, als man jünger war, war man jeden Tag miteinander unterwegs, man hat aufeinander rumgehangen, man war immer irgendwie zu dritt, fünf, sechs, sieben... Hast du Stress gesucht, Bro? Als du die Leute gedisst hast. So Sido und so. Wolltest du, guck mal, Sido hat bis heute nie geantwortet. Hat er aber geantwortet? Na klar, Sido hat das angefangen. Hat er angefangen? Sido hat das angefangen. Und damals, als ich Band gedisst hab, bei Feuerwehr Deutschland... Ist ja jeden gedisst von denen. Ja, ist Sido danach auf einem Tape draufgegangen und hat so irgendwas über mich gerappt, so hier fahrt der Eiernacken und dies, das. Und daraufhin... Du warst ja direkt danach so ein Ding gemacht, wa? So, Bruder. Dann halt so, man hat sich auch mal begegnet, war auch nicht so cool, war auch kurz vor Fetzerei und so. Wann war das? 2011 oder 2011. Also frisch nach den Dissens? Oder Jahre später? Ne, so war, da waren auch richtig so am Kochen. Okay. Aber da waren halt auch an dem Tag viele Securities von dem Festival grenzt. Das war eine Schweiz, neutraler Boden so. Aber alles cool. Wir haben nicht da das Interview gegeben? Genau, wo ich so... Und dann meinte ich so, bist du betrunken? Ich so, ne, ich hab bei euch schnupfen. Ich rede so komisch. Geil, Alter. Ja, das war an dem Tag, Bruder. Das ist auch kurz vor Eskalation gewesen. Das war schon eskaliert, nur ist noch keine Faust geflogen. Aber dann war auch ein guter Freund von mir, ist ja auch Security von Silo. Wie es immer ist, Bruder. Man kennt den, man kennt den. Okay, warte. Bitte, bitte. Würdest du mir jetzt sagen, dass du durch diese Rap-Welt oder Rap-Geschäft nie so eine harten Fetzerei kamst? Doch. Okay. Lass den Namen nicht sagen. Ja. Lass den Namen nicht sagen. Okay, wie können wir das denn sagen? Jetzt ist es was Interessantes. Mann, ey. In NRW? Nein. Nicht in NRW. Okay. Ich kann dir nur so viel sagen, Bruder. Ich hab nicht von ein, zwei, drei, ich hab richtig kassiert. Wie es im Läumen ist, Bruder. Mein ganzer Kopf war wie von einem Igel, so Bollen da drauf, so richtig noch Tage danach. Ich, ah, ah, ich musste so richtig so beim Duschen aufpassen und so, weil da waren auch welche bei dir miese Ringe an den Händen. Aber... Wie lange ist das her? Es ist so ultra lange her. Ja, elf, ja. Ich bin sogar mit der Partei wieder cool. Okay. So, ich freu mich. Wenn die Kamera raus ist, muss man jetzt nicht. Ja. Aber ich hab auch, wenn ich wahrscheinlich sogar an dem Abend schuld war, ich will nicht mal die Schuld bei denen suchen, so. Weißt du, wenn ich sogar schuld war, ich hab, kennst du diesen Sprichwort Stand your ground? Ich hab meinen Standpunkt vertreten. Ich hab auch mit, ich bin nicht davon zurückgewischen. Ist dann halt gekommen, wie es ist. Nicht klug gewesen, aber scheiß drauf, Bruder. Ich bin immer noch hier, ich leb immer noch. Bro, seit zehn Jahren, also nach zehn Jahren, wie ich YouTube-Videos mache, ist mir auch noch nie was passiert. Das war einmal kurz davor. Das war, ist drei, vier Monate her. Ja. Und bis dato ist noch nie was passiert. Okay. Auch von mir. Woher kommt diese Fliege jetzt? Auch mit YouTubern? Nicht mit YouTubern. Tatsächlich mit YouTubern noch nie. Weißt du, wie das bei den YouTubern immer ist? Wenn ich Leute disse, dann disse ich sie und dann lasse ich mit mir auch nicht reden. Natürlich haben sie, Bruder, seit drei Jahren, wo die Leute sehen, im Internet ist Geld zu holen, sei es auf TikTok, YouTube oder auch immer, haben sich Leute vereinnahmen lassen. Das heißt, disse Leute oder rede, wie du willst. Wir wollen an die Geld zu holen und wenn nicht jemanden disst, f*** wir ihn. So wie die Leute damals mit Rappern gemacht haben, haben das heutzutage oder machen es immer noch Leute mit Influencern. Aber Bruder, ich lasse mich von sowas nicht einschüchtern. Weißt du, ich meine, weil ich weiß, Bruder. Wer kam denn? Wer wollte denn Stress? Kennst du nicht? Das sind so randoms, Bruder. Kennst du nicht? Keiner will Stress. Also zu dem Zeitpunkt wollte keiner stressen. Mittlerweile, wenn ich auf Videos reagiere und im Stream, die Leute wollen das, weil sie dann sehen, ey, wenn der auf mich reagiert, mache ich Aufrufe. Und Bro, ich gehe nur als Verlierer raus. Zu dem Zeitpunkt, als ich damals Leute gedisst habe. Warst du der Underdog sozusagen? Ich war nicht der Underdog, aber ich habe von meinen YouTube-Aufrufen gelebt. Verstehst du? Jetzt lebe ich von meinen Klamotten oder von dem Getränk damals. Warum soll ich mich mit irgendjemandem streiten? Oder wenn ich irgendwo hinreise oder ein Food-Video mache, macht es auch 200.000 Aufrufe. Warum soll ich irgendjemandem an eine Plattform gehen? Weißt du? Ich mache das nur, wenn ich durchdrehe, dass jemand schlecht über mich redet oder extrem Reinscheiß im Internet. Dann sage ich einen Satz im Stream ohne Namen, aber die Leute setzen sich dann hin und machen 20 Minuten Videos über dich. Verstehst du? Bruder, das ist auch, wenn es zu irgendwas kommt, was soll passieren? Man schlägt sich, Bruder, so. Bro, die Leute machen Politik. Ich will sogar die Leute, die ich das gar nicht kennenlernen, weil im echten Leben sind sie dann korrekt. Verstehst du? Jemand, den ich auf dem Kicker habe, ich will mich gar nicht mit dem versöhnen, weil ich dann meine Prinzipien verliere. Ich kenn das. Verstehst du? Das sind Leute, die machen Sachen, Bruder. Das ist eigentlich unvergeblich. Also das kann man denen nicht vergeben. Verstehst du? Oder die Leute tanken Eier, wo ich mir denke, woher hast du die Eier? Zu dem Zeitpunkt, also das ist auch nicht so lange her, irgendeiner schreibt auf TikTok Kek und ich hab nicht mal TikTok. Die Leute schicken mir Links. Die schicken auf Instagram, guck mal, der hat das über dich gesagt. Und ich hab den direkt angeschrieben. Ich hab gesagt, guck mal, du Sch***, jetzt hast du keinen Rücken mehr. Wir werden uns sehen. Ich werd gucken, wann du mal wieder auf dem Event bist und dann sagst du mir das ins Gesicht. Solche Mails und solche Sprechen, das war nicht so gemeint, tut mir leid. Ich hab, da war ein Video, was von mir zurückgeschneibelt wurde, einer auf denen, ich bin gegen Islam. Okay? Und er schreibt einfach Kek drunter. So, der Kek, weil ich wohl Islam kritisiere. Obwohl ich's nicht gemacht hab, da waren einfach Leute, haben irgendwas zusammengeschnippelt. Selbst wenn ich im Unrecht bin, wer bist du, dass du Kek schreibst? Wer bist du? Wer bist du? Weißt du, ich meine? Ja, und daraufhin hat er sich achtmal entschuldigt und deswegen ist nichts passiert so. Ja, keine Ahnung. Bruder, die Leute, ich weiß nicht, was die Leute sich für einen Film schieben. Na, ich verstehe das. Das Ding ist, da sind wir uns ein bisschen ähnlich, weil ich mach jetzt zum Beispiel auch grad ein neues Album und es dauert noch, bis das kommt. Ich hab gesehen gestern in der Story. Ja. Du willst wieder anfangen zu dissen? So, und das Ding ist, auf dem nächsten Song, wenn ich so viele Rapper, also auf den nächsten, aber auf den ein, zwei Songs, die mit dem Album zu tun haben, also quasi Trailer, Opener, dann schon dieser Song, da werden sechs, sieben Leute richtig angegangen von mir und für mich ist es, ey, das macht doch Spaß, das ist lustig, wenn du willst, mach's zurück, wenn du nicht willst, mach nicht zurück. Ich komm aus so einer Zeit, wo man das macht und das auch völlig sportlich gemeint ist. Wenn einer meint, er muss das dann auf so ein nächstes Level bringen, bin ich auch dafür zu haben, weil ich respektiere das, wenn einer meint, er muss das aufs nächste Level bringen, dann mach das, dann guck, ob du damit bei mir weit kommst, dann guck du an. Aber eigentlich haben wir es doch eigentlich gar nicht nötig, Digga, du machst so gute Songs, du schreibst in den Texten. Ja, aber es macht Spaß. Leider macht es Spaß, Bruder. Es macht Spaß. Manchmal ich sitze zu Hause, Bruder, die Videos machen Aufrufe, ich verdiene Geld, mein Drop kommt online, bam, ich verkaufe 10, 20.000 Kamotten auf einmal weg, aber dann sitzt du, Bruder, und du siehst das und es juckt einfach. Es juckt einfach, ich muss mich dazu äußern, ich krieg das aus, wenn ich raus, ich muss ihn wissen, ich muss ihn beleidigen, ich muss zeigen, er ist ein Trottel. Bruder, es gibt erwachsene Männer, die auf TikTok sind, Bruder, die sind über 30 Jahre alt und machen sich zum Affen im Internet, Bruder. Ich weiß nicht, ob du das verfolgenst, die Leute lassen sich auf Flaschen, setzen sich auf Flaschen, das ist so normal geworden, die Menschen, in meinen Augen sind die Menschen seit TikTok hardcore verblödet. Was ist denn deine Ansicht auf TikTok, Bruder? Ja, also, jeder hat auf einmal eine Meinung bekommen, jeder redet so auf einmal, Bruder, bin juckt deine Meinung, halt deine F***e. Weißt du, an was mich TikTok immer ein bisschen erinnert? Ich weiß nicht, ob das deine Generation noch kennt oder die Generation, die hier zuschaut, an Basechat, Bruder. Ah ja, kann man so nur mit, was kam denn nach Basechat, äh, Crippost. So, das ist die nächste Stufe davon, das ist die Evolution davon und dass jeder eine Meinung hat. Bei Basechat ist ja noch gut, man sieht die Person nicht, aber die Leute gehen ja schon so weit und die nehmen sich dabei auf und zeigen sich, verstehst du? Das sind wilde Sachen, Bro, ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, das hat jetzt nicht nur mit TikTok zu tun, ich bin auch kein Freund davon, dass die Leute andauernd immer ihre Kinder in die Kamera halten oder ihre Frauen oder ihre Familienmitglieder, das kann man mal machen so, selbst da würde ich sagen, pass lieber auf damit, welcher Plattform du das gibst und so. Ich möchte dir jetzt was sagen, ich werde dich direkt unterbrechen, ich weiß, auf wen du anspielst und ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen. Es gibt viele. Es gibt viele, okay, nenn mal einen. Ich brauche keinen Namen dafür, Bruder. Okay, es gibt viele, ich kenne auch viele, die das machen. Ich verstehe von und ganz, was du sagst. Ich denke mir auch immer wieder, John, solltest du mal irgendwann heiraten oder solltest du mal eine Frau haben, du willst deine Frau niemals zeigen, weil der Gedanke, dass fremde Männer meine Frau im Internet sehen können oder meine Kinder, das dann auf irgendwelche Seiten posten oder du weißt auch, wie kranken Menschen sein können. Das meine ich. Dieses Ding ist mir viel zu, viel zu Dings, weißt du, was ich meine? Aber ich verstehe auch diese Menschen. Es ist manchmal keine Geldsache. Weißt du, wie oft ich mit diesen Videos fühle und mir denke, wow, ich würde sowas gerne auch haben, dieses Glück und so weiter und diese Person, die sowas machen, Bruder, nicht das Brain, wie wir beide zum Beispiel oder wie andere Leute. Die denken einfach nur, Bruder, ich bin ein mieser Pissimist. Ich weiß nicht, wie du bist, Bruder, aber das sind optimiste Menschen, die sich denken, nee, ich teile einfach meine Gefühle und das was Schönes. Ich zeige meinen Leuten, dass wir eine schöne Familie sind und das und das. Ich halte Erinnerungen fest und daran bin dich. Ich bin eigentlich von und ganz deiner Meinung. Ich dulde und akzeptiere das bei vielen auch nicht. Finde ich auch nicht gut, aber eine Familie mag ich sehr, Bruder, und das ist ein Dings. Das ist ein sehr guter Freund von mir, Bruder. Die sind sehr lustig, die sind sehr lustig. Die sind lustig und, Bruder, so bodenständig. Ja, glaube ich. Nada ist so ein guter Junge, Bruder, auch kein Junge von Traurigkeit. Egal, was man über den sagt und die Leute sagen zum Beispiel, ja, die tanzen auf TikTok irgendwie. Das soll er machen, Bruder. Erstens geht das sowieso, aber weil ich die Person im echten Leben kenne, weiß ich ja umso mehr, ey, Bruder, wenn neben einer was. Aber da muss ich eine Sache sagen, diese Einstellung habe ich schon vor 10, 15 Jahren verloren, weil du was angesprochen hast. Ich habe meine Familie zum Beispiel noch nie mit Interaktiviert. Aber ich meine zum Beispiel so jetzt, wenn wir von diesem Jindaui reden, dass der jetzt so rumtanzt und so, das macht den für mich, also für mich jetzt als Typ mit meiner Reife, mit meiner Lebenserfahrung, ich sehe den deswegen nicht als schwach an oder so. Weil ich weiß, solche Typen, das hat jetzt nichts mit ihm persönlich zu tun, aber ich habe diese Einstellung abgelegt, dass Männer, die sich trauen, nicht nur immer dieses Männlichkeitsbild nach außen zu verkörpern, nicht auch im Ernstfall Männer sein können. Also dieses Bild habe ich schon lange nicht mehr im Kopf, aber nur um mal ganz kurz eine Sache zu sagen, weil du genau das richten, du hast bei mir genauso einen Nerv getroffen, weil ich halt gerade gesagt habe, ich finde das nicht gut, Kind zu zeigen und Frau und dies, aber ausgerechnet die finde ich auch lustig. Gerade ihre kleine Tochter finde ich super lustig, super süßes Mädchen. Maschallah. Deswegen, ich weiß gar nicht, jetzt wo du es sagst, wird es mir selber bewusst, wie paradox ich eigentlich bin. Auf der einen Seite würde, aber ich glaube, ich meine das eher so vielleicht, um das mal so ein bisschen einzuordnen, für mich selber, also ich persönlich könnte das auch nicht, ich bin auch nicht der Typ wie er, der... Du tolerierst und akzeptierst das, aber du selbst würdest es nicht machen. Und wenn mich jetzt mein kleiner Bruder fragen würde, ich würde dem auch davon abraten. 100 Prozent. Ich rate jedem davon ab. Aber wenn er es macht, muss er mit jeder Konsequenz auch leben. 100 Prozent. 100 Prozent. Und das können viele Leute nicht. Verstehst du? Ich würde zum Beispiel jemanden immer angreifen. Also wenn ich mit jemandem streiten würde, sagen wir mal, irgendeiner von diesen Kappel Leuten streitet sich mit mir. Bruder, ich gehe jeden an. Ich gucke, wen die folgen. Ich gucke, wer noch in der Folge. Und ich moppe sie alle. Ich zeige deren Gesichter. Also zu dem Zeitpunkt, von wo ja, mehr ich man nicht streiten würde. Also so würde ich es da machen. Jeder in deiner Familie oder jeder, den du vor der Kamera zeigst, ist ein potenzieller Angriff. Weil im Internet ist es meistens so, wenn ich mal einen Shitstorm abkriege und die Leute kennen meine Familie, die werden auch diesen Shitstorm kriegen. Weil man die kennt. Ey, guck mal. Zum Beispiel, ich habe eine kleine Schwester. Ich habe das auch mal in dem Video erwähnt. Aber ich habe eine kleine Schwester und ich stelle mal vor, irgendwas passiert mit mir. Ich werde zusammengeschlagen. Ein Video geht öffentlich. Wird sie nicht in der Schule geärgert? Oder die werden gesagt, guck mal, dein Bruder wurde zusammengeschlagen. Das ist ein schöner Anblick. Oder für die Mama, guck mal, hast du gesehen, so und so was passiert. Oder sagen wir mal, einer fotografiere mich. Guck mal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bruder. Ich gehe seit fünf Jahren mit meiner Familie nicht raus. Ich bin mit meiner Mama. Warum bin ich anders unterwegs? Siehst du, ich bin nicht so. Ich erzähle dir jetzt auch, warum. Bro, seit fünf Jahren gehe ich mit Mama nicht einkaufen. Ich gehe mit Mama nicht essen. Wir sind nur zu Hause oder wenn wir rumgehen oder rausgehen, nur in der Türkei. Weil, Bruder, in Deutschland ist es so, guck mal, du bist Rapper, Bruder. Die Leute kennen dich wegen Musik. Ich bin aber für die Leute jeden Tag da. Warum? Weil jeden Tag kommen Uploads. Was bedeutet das, Bruder, wenn du das zehn Jahre lang machst? Die Leute sehen dich als Kollegen. Verstehst du, was ich meine? Die dürfen deine Privatsphäre stören. Mäßig. Denken die so. Scheiß, was du auch noch? Die sollen mich stören. Die sollen mich ansprechen. Alles kein Problem. Aber weißt du, wie oft die Show kurz davor war, Leute an den Kragen zu gehen? Meine Mama holt mich vom Flughafen ab, Bruder. Die parken, die tut meinen Kopf rein. Fünf Kanaren von hinten machen ein Foto und machen ein Video. Bruder, ich gehe hin. So, du löscht das jetzt sofort. Ja, Bruder, ich hatte Angst, dich anzusprechen, weil ich... Achso, und das gibt dir das Recht, mich zu vertraffieren oder was? Und seit dieser TikTok-Generation, Bruder, die posten jeden Scheiß, um viral zu gehen. Jeden Scheiß. Damals war es nicht so schlimm. Vor fünf Jahren hat jemand ein Foto für sich eigentlich. Aber, Bruder, mittlerweile, du musst nur ein TikTok hochladen als Video oder ein Foto. Mein Name oder deinen Namen reinschreiben, das geht viral. Ob du willst oder nicht, weil TikTok will, wenn du ein Bild oder ein Video hohlädst, dass du dieses Erfolgserlebnis-Gefühl kriegst. Wow, mein Video macht Aufrufe. Verstehst du? Und das bringt die meisten Menschen dazu auf TikTok, diese ganzen Sachen zu machen, womit sie viral gehen. Dopamin. Bruder, Dopamin sei ein Vater. Ich weiß, ob du dich selber dabei auch erwischt. Du swipest, kommst nicht weg. Bruder, manchmal, ich sitze da zwei Stunden wie so ein Trottel. Swipe nicht auf TikTok oder auf Instagram. So weit ist sie schon geworden. So halt, verstehst du? Und das ist der Grund, warum ich mit meiner Familie nicht rausgehe, weil, Bruder, ich könnte es nicht übers Herzen bringen. Ich sage es so, wie es ist, Bruder. Wenn einer ein Bild von meiner Mama hat, das ins Internet postet oder sagt, guck mal, deine Mutter so, ich würde das mit der mal, guck mal, Bild so, irgendwas, egal was. Bruder, dann wird es für mich so weit gehen, ich feine die Menschen, wenn ich rausgehe, wer es ist. Das ist natürlich das Schlimmste, was man machen kann. Es gibt ja viele Leute, die sich im Internet triggern lassen. Was würdest du denn machen? Bruder, okay, du hast den Jungen jetzt gehauen oder was auch immer. Kriegst eine Anzeige, Nase gebrochen, Geld musst du zahlen, Schadensersatz, ich sag's. Digga, es ist einfach ekelhaft. Um diesen Stress überhaupt zu vermeiden, sorge ich dafür, dass in meiner Familie mich niemand postet, keiner mit meinem Namen protzt, nicht im Sinne von ich gebe an, sondern meine Stolz. Verstehst du? Und meine Mutter hat das auch für sie selber kopiert. Sie ist so vorsichtig, Bruder. Das ist unglaublich. So ist es bei mir. Ich kann das verstehen. Du hast natürlich noch mal so eine andere Herangehensweise, gerade wenn du wirklich auch, wie du sagst, du hast jeden Tag so einen Upload. Ich glaube, Haftbefehl hat auch mal was Lustiges im Interview gesagt. Der hat gesagt, der Typ sieht mich auf der Straße. Ich kenne den gar nicht. Das ist halt jemand, der meine Mucke feiert. Und der hat so, Eiko, wie geht's, Bruder? Und der Typ, der denkt, weil er mein Interview gesehen hat, hab ich ihn auch gesehen. Aber so ist das ja nicht. Und bei dir ist es dann wahrscheinlich so, deine Community ist so nah an dir dran. Hardcorner, Bruder. Die fehlt immer noch, Ja, Bro. So, weißt du? Ja. Es ist, guck mal, es ist ein Segen und ein Flug zugleich. Der Segen ist, wir haben unsere Familie mit aufgebaut. Bro, ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Ich bin das Internet. Ich lebe im Internet. Ich fühle mich wohl. Guck mal, was ich mir aufgebaut habe. Vor vor Jahren war ich auf dem Dapu, Bruder. Jetzt habe ich zwei Lagerhallen. Ich habe eine Wohnung. Ich habe eine Straße. Uns geht's gut. So, weißt du? Das sind halt die Luxusprobleme, die man hat. Und ich sag dir ehrlich, ich opfere das gerne, weil wenn ich jetzt noch zwei, drei Jahre durchziehe, Exit ist Schluss. Wo ist dein Exit? Mein Exit ist bei fünf Millionen plus zwei Immobilien. Nach Steuern fünf Millionen. Nach Steuern fünf Millionen plus wie viele Immobilien? So, dass sie sich selber abgezahlen und ich keine Ahnung im Monat meine Rente von 10, 20.000 haben. Das ist mir scheiße. Dann ist für mich Schluss, Bruder. Und ich gehe auch wirklich so weit, dass ich den Leuten sage, ich sage denen das immer wieder. Denken sie sich, ah, der sagt das dann so. Dann mach weiter, weiter, weiter. Nein, Bro. Irgendwann, wenn die Leute sehen, ey, da kommt nichts mehr. Ist weg. Und dann wird Instagram deaktiviert. Ich bin weg, Bruder. Ich träume davon. Ich glaube, es ist ein Wunschdenken und wenn man irgendwann aufwählen sollte, dass man wieder zurück will, aber ich kämpfe und arbeite nur für diesen Augenblick, dass ich mir denke, okay, wenn ich das weiter vorangepeischt habe, das weiter vorangepeischt habe, vielleicht noch ein Getränk mache und dann so Ausdruck habe, Bruder, für was soll ich im Internet noch rumtanzen? Ich würde auch eine Familie gründen und mein Leben leben. Verstehst du? Ja. Wenn du 10 Jahre deines Lebens im Internet opfasst, oder weißt du, was das heißt? Du lebst im Internet. Du hast so viel verloren. Du kannst selber darüber reden, Bro. Ja, das Ding ist bei mir, ich bin dir ehrlich, deswegen habe ich auch jetzt vielleicht, um das mal ganz realistisch auch einzuordnen, ich habe vielleicht nie den ganz großen kommerziellen Durchbruch geschafft, weil ich zwischen meinen Alben immer abtauche. Also ich tauche wirklich aus dem Internet ab. Du siehst nichts von mir, du hörst nichts von mir, ich komme dann ab und zu, gibt es mal so eine News oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich relevant die ganze Zeit da sitze und so auf mich aufmerksam mache und sage so, hier, guck auf mich, guck auf mich. Das heißt, mir ist das schon durchaus bewusst, aber ich habe mir diesen Weg ausgesucht, weil ich sehr früh auch festgestellt habe, ich bin gar nicht der Typ, der dauernd präsent sein kann. Ich werde behindert, Bruder. Ich zum Beispiel, ich gehe mit meiner Tochter schwimmen, Bro. Sobald ich ins Schwimmbad einlaufe, setze ich so eine Fresse auf, damit keiner Bock hat, mir ein Foto zu machen. Die sollen denken, dass der unsympathischste F*** ist. Stell dir vor, du machst diese Fresse und die Leute kommen trotzdem. Kommen dir. Sie kommen trotzdem. Meine Tochter sagt schon immer so zu mir, Papa, wenn ich groß bin, kenne ich dann auch so viele Leute wie du und ich sage, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, weil das brauchst du nicht. Oh, du hast gerade über deine Tochter gesprochen. Wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist jetzt 5,5. 5,5. Boah. Und ich wusste es nicht. Also, wo wir einmal Essen machen zusammen, hast du mir das erzählt, aber seit 5 Jahren hast du deine Tochter. Schön. Sehr, sehr schön. Super. Aber wenn man deine Lieder kennt und mit den Dingen aufwächst, dann denkt man sich ja, ey, der Junge wird für immer jung bleiben, der wird wahrscheinlich nie eine Frau erraten mit dem geborenen Herzen und sowas. Warte, du hast eine Tochter, bist du jetzt noch, bist du vergeben oder nicht, bist du nicht mehr? Aber ich bin jeden Tag mit meiner Tochter, ich habe ein sehr gutes Verhältnis, wie man haben kann mit der Mutter meines Kindes, aber jetzt wirklich auch nur auf Bezug auf das Kind. Bist du von Frauen abgeneigt oder lernst du immer noch zwischendurch Frauen kennen? Kommt, bist du manchmal dafür das Gefühl hast, aber ich würde jetzt gerne mal wieder jemanden haben? Boah, ich bin nicht so der Typ, ich bin nicht so... Bist du nicht? Nee, also bei mir ist es... War es früher anders? Guck mal, ich bin jetzt 25, ich werde 26, war es nicht. Bro, ich glaube, dann haben wir irgendwo eine selbe Meinung. Ich hatte von 14 bis 19 eine lange Beziehung und das hat leider nicht geklappt und seitdem da mein Herz gebrochen ist, Bruder, und das ist kein Image hier. Weißt du, ich bin auch der Junge ohne Herz. Ja so, Bruder, von wem haben wir das denn? Weißt du, ich meine, Bro, man ist im Internet bekannt und das ist nun mal leider ein Riesenproblem für mich. Ich kann aussuchen, wen ich date... Wer bis jetzt? Ich werde 26. Ich war 25. Bro, soll ich ehrlich was sagen? Nee, als dein Bruder auf Augenhöhe löst dich davon. Von was? Von diesem niemanden in sein Herz lassen. Ja. Weil wenn du das weiterhin fährst, bist du, und das sage ich dir ehrlich, mir fällt es richtig schwer und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Es ist schon so, weil egal was du sagst, es ist schon durch. Mir fällt es sehr schwer, Leute an mich ranzulassen, mit denen so auf Engel... Aber, nur um dir das mal zu sagen oder dir deutlich zu machen, seit meine Tochter auf der Welt ist, ich hätte nie geglaubt, dass man einen Menschen so lieben kann und deswegen... Ja warte, deine Tochter... Ja, aber warte, genau, deswegen darf ich dich anknüpfen. Deswegen will ich dir eine Sache mit auf den Weg geben. Seit meine Tochter auf der Welt ist und ich diese Art von Liebe kennengelernte, das ist jetzt dein eigenes Fleisch und Blut, das ist so, das macht die Natur mit dir, wenn du normal tickst, also macht die das mit dir. Aber, wenn Liebe so schön sein kann, einer, einer, deinen Leuten gegenüber, dann kann einer Frau gegenüber die Liebe, wenn du das Gleiche erfährst und dein Soulmate findest, kann wahrscheinlich auch unbeschreibend schön sein. Nur, ich habe mich irgendwann in dieses Ding verrannt, so, ich will nicht enttäuscht werden, ich will nicht mehr verletzt werden, dass es bei mir irgendwann so Cut gemacht hat, Bruder, und ich einfach so so richtiger Eigenbrötler geworden bin. Ich ertrage teilweise Leute keine vier Stunden am Stück, ich kann, ich muss dann zurück in meine Space. wir haben den selben Kopf, wir haben den selben Kopf. Ich will jetzt eine Sache sagen, pass auf, du bist mit Eltern aufgewachsen, sind deine Eltern getrennt? Nein. Okay. Das heißt, du hast eine schöne Kindheit gehabt und deine Eltern haben dich immer geliebt und du bist mit deinen Eltern. Schon gut. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwei war. Mein Vater, Koks, Drogen, alles, meine Mama geschlagen, meine Mama gesprochen, diese Gedanken habe ich im Kopf, okay? So, jetzt pass auf, Bruder. Irgendwann kommt dieses Alter, dass du mit 18 dich in jemanden verliebt und dann siehst, das ist die Frau fürs Leben. Es klappt nicht, es scheitert, dann kommt Erfolg, Karriere, Fame, Frauen, was auch immer. Dann kommt es zu der zweiten Situation, zu, dass du mit jemandem gut bist, aber es klappt dann nicht, weil ihr beide nicht dieselbe Ideologie habt und sie auch dein Business nicht versteht. Sie kennt deine Psyche nicht, was das heißt, wenn du 200.000 investierst, das Geld wieder rauszuholen zu müssen, dass deine Familie nicht siehst oder ihr Absatz, dass du die sehen kannst, weil die Videos wichtiger sind, sie verstehen das nicht. Und selbst wenn die es verstehen, Bruder, diese Liebe für eine Person zu haben oder diese Entscheidung, dass ich mir sage, okay, die Person lasse ich in mein Leben rein, sehr schwer, sehr, sehr schwer, weil ich langweile mich sehr schnell von Frauen. So, egal wie gut ich mit jemandem bin, solltest, sobald es zu diesem sexuellen Ding kommt, dann geht es irgendwie weg. Verstehst du, ich meine? Bro, guck mal, damit die Leute das nicht falsch verstehen. Ich finde, wenn man sich dazu entscheidet, eine Frau zu heiraten, Bruder, dann sollte man sich zu 100% sicher sein. Jetzt pass auf, mit 100% sicher sein meine ich nicht, dass man die Frau zu 100% lieben muss, aber wenn du jemanden heiratest, Bruder, hast du Verantwortung, okay? Verantwortung bedeutet, du heiratst diese Person, sie hat auch eine Familie, sie hat auch Verantwortung. Kommen wir zu dem Punkt, dass du noch ein Kind hast. Ab da, in meinen Augen, Bruder, nimm mir das nicht böse, ist vorbei. Da musst du mit der Frau bis zum Ende gehen. Weil, warum? Ich rede ja aus der Sicht gerade von einem Jungen, der ohne Vater aufgewachsen ist. Weißt du, wie hart das ist für einen Menschen, ohne Vater aufgewachsen, Bruder? Klar, meine Mutter hat mich sehr gut erzogen und sie hat mir sehr vieles beigebracht, aber das, was dir ein Vater geben kann, kann dir keine Frau geben. Okay, lass mich da einhaken, um dir da vielleicht so eine neue Sicht auf die Sache zu geben. Du bist 26. Ich werde 26. Dein Papa ist durchgezogen, als ihr... Was heißt durchgezogen? Er ist nicht durchgezogen, meine Mutter hat sich getrennt, meine Mama hat alles versucht, in Therapien geschickt, von meiner Papa, von meiner Vaterseite, die Familie hat ihn dann immer wieder rausgeholt. Oh, mein Arme, mein Junge, der braucht das alles nicht. Ja, meine Mama gibt offiziell, Bruder, auch Schulden. Meine Mama hat 40.000 D-Mark-Schulden bekommen, mit 21, Bruder, weil die ein Reisebüro und einen typischen Markt auf ihrem Namen gemacht haben. Was soll diese Frau machen? Jetzt kannst du sagen, ja, dumm, hättest du es nicht gemacht. Bro, ein 21-Jähriger-Frau ist ein Kind. Ja. Ich bin 25 Bruder, mit 21 war ich, Digga, ich sehe mich immer noch als Kind. Verstehst du, wie du meine? Aber lass mich dir eine Sache sagen. Erstmal kann dir keiner deiner Erfahrungen nehmen. Das sind deine Erfahrungswerte und die sind natürlich sehr schwer auch irgendwie zu verarbeiten. Aber um dir mal so ein anderes Beispiel zu nennen, lass mich dir mein Beispiel nennen. Ich bin mit der Mutter des Kindes nicht zusammen, aber trotzdem bin ich jeden Tag mit meiner Tochter. Das heißt, ich weiß, dass das für dich so keine Relevanz hat und das wird deine Kindheit nicht mehr verändern. Aber was ich dir damit sagen will ist, 2023 gehen Menschen auch mit solchen Situationen anders um. Ich will deinen Vater nicht verurteilen, weil das steht mir nicht zu. Alles gut, alles gut. Aber dein Papa ist Türke. Ja, klar. Weißt du, und jetzt gehen wir nochmal 20 Jahre zurück, das Mindset von Leuten, dass die dann damals mitbekommen haben. Falschfahrt. Ich sag dir was. Das ist falsch. Ich sag dir warum. Ich will ihn nicht entschuldigen, was ich damit sagen will. Für den Zuschauer ist es sehr wichtig. Ja, ja, aber warte ganz kurz. Ich will nämlich noch eine Sache klarstellen, weil das ist wichtig. Ich will damit dir nur sagen, dass wenn du mal vielleicht eine Frau hast und du mit der Frau nicht klarkommst und das Kind das mitbekommt, dann ist es besser für euch beide, euch wie Erwachsene zu trennen. Du kannst aber trotzdem für dein Kind immer da sein und ein richtiger Vater sein. Das will ich dir doch gesagt haben. 100 Prozent. Aber schau mal, pass auf. Die Entscheidung von denen damals oder dass das Mindset oder das Leben ganz anders war, da gebe ich dir voll und ganz recht. Aber du hast einen Sohn auf die Welt gebracht. 100 Prozent. 100 Prozent. Und du hast dich als erwachsener Mensch 100 Prozent. Ich weiß nicht, ob du 20 bis 19 bist, 21 bist. Er sieht das wahrscheinlich auch. Du hast dich dazu entschieden, Drogen zu nehmen und dein Leben zu f***en. Und mein Leben so geprägt, ohne Vater aufzuwachsen. Das ist ein Riesenfehler und das werde ich ihm nicht verzeihen. Ich sage es dir, wie es ist. Man sagt, wenn Gott vergeben kann, warum du auch nicht? Bro, vielleicht hätte ich in fünf Jahren meine Meinung. Weißt du, was ich meine? Aber der erste Schritt, dass ich zum Beispiel auf die Berührung von meiner Oma nicht gegangen bin, war der erste Tipp, dass ich sage, ich scheiße auf euch alle. Verstehst du, ich meine? Ich habe es sehr persönlich genommen, Bruder. Und ich finde es nicht gut, wie die mit meiner Mutter umgegangen sind. Es ist nicht schön. Meine Mama ist alleine gewesen. Meine Mutter wurde verstoßen von ihrer Familie. Mittlerweile ist ja alles gut. Meine Oma ist verstoßen. Also meine Mama, die Mama ist verstoßen und dann hat sich meine Familie wieder versöhnt. Aber guck mal, wie weit die das getrieben haben. Allein, dass die die Frau mit so vielen Schulen alleingelassen haben, obwohl das fünf Geschwister sind. Ich rede zu denen. Die sehen das. Glaub mir, die wissen das und die sind auch sehr traurig darüber. Die wollten uns auch schon Geld geben. Nach Jahren später. Wenn du dich selber nicht erlebt hast, ist es sehr schwer, aus dieser Sicht das zu sehen. Das ist ein Hass, Bruder. Dieser Hass ist einfach da. Und den kriegst du auch so nicht weg. Egal, was ist. In zehn Jahren, okay, man gibt sich die Hand. Okay, du bist immer noch mein Vater. Dann ist kein Gefühl mehr da. Dann ist kein Gefühl. Auf was ich hinaus bin, Bruder. Ich möchte, wenn ich heirate, Bro, mich einer Frau so aufopfern, dass ich mir denke, Bro, die soll nicht geil aussehen. Die soll nicht krass aussehen. Die soll kein Geld haben. Die soll nicht berühmt sein. Die soll einfach nur treu sein. Verstehst du meine Bruder? Was bittest du dafür? Was bittest du dafür? Bruder, es gibt keinen teuren Menschen als mich, wenn es um eine Beziehung geht. Bei mir, bei meinen Beziehungen und so weiter, ist es nie an Treue gescheitert. Als ich berühmt wurde, Bruder, und meine 200.000 Abonnenten auf YouTube, ich hatte nicht mein Instagram, weil ich mit meiner ersten auch noch vergeben war. Die hatte mittlerweile geheiratet und ich glaube, das hat mich so ein bisschen geprägt. Ich denke mir einfach, Bro, ich brauche keinen. Weil, guck mal, Bruder, du weißt ja selber, man kann mit dieser Person, die du kennenlernst, na klar, zwischendurch braucht man diesen Körperkontakt oder diese Gespräche mit einer Frau. Aber weil wir schon in dieser Position sind, Bruder, und bei dir war es bestimmt noch schlimmer, Bruder, du warst einer der ersten Rapper, du hast sein Vater, du hast Liebeslieder gemacht, ich will gar nicht wissen, wie viele, mit wie vielen Frauen du Kontakt hast, die auch so ein aha gewollenes Herz haben, weißt du, wie ich meine? Es ist für uns einfacher, an eine Frau heranzukommen, verstehst du? Oder es ist für mich einfacher, wenn mir eine schreibt, weil sie mich seit 10 Jahren kennt, sie wird sich so eine Sohn mit mir treffen, weil sie weiß, ich mache keine Faxen mit dir. Weißt du, wie ich meine? Man geht mit dir ins Kino, man geht mit das Essen und dann reicht mir das. Ich verspüre dieses Gefühl seit zwei Jahren nicht mehr, dass ich jemanden neben mir brauche, der meinen Rücken sterbt. Ich bin mein eigener Rücken. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber, also erstmal grundsätzlich kann dir keiner diese Wut und Enttäuschung und diesen Hass, Hass ist sehr gefährlich, Bruder, das sage ich dir als ein bisschen erfahrener als du, Hass ist etwas, das dein Herz vergiften kann. Ich will dir aber auch nicht deine Wut nehmen, ich kann dir die auch gar nicht nehmen, das ist etwas, das hat dich geprägt, man merkt das ja, wenn du darüber redest, wie du da richtig noch drinsteckst, obwohl du schon ein gestandener, erwachsener Mann bist, das Einzige, was ich sagen kann, das klingt aber so, 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 so salopp dahergesagt, weiß ich, deswegen weiß ich nicht, ob es fair ist, das zu sagen, aber, ey bro, das ist so, das ist so peinlich, das zu sagen, aber, es gibt zwei Dinge, die ich hier an dieser Stelle sagen will. Die erste ist, Liebe ist die Antwort auf alles, ich weiß, das klingt sick, jemand, wie mir das, von mir jemandem, wie mir das zu hören, der so Songs macht, wie, ich scheiße auf den und ficke den, die ist das, aber in diesem Fall bin ich natürlich auch erstmal Mensch, so weißt du, und Liebe ist die Antwort auf allem, auf alles, du kannst mit Liebe jedem gegenübertreten und dir selber, dir selber, deinen Seelenfrieden holen. Bro, ich hab meinen Seelenfrieden. Aber dein Seelenfrieden basiert nicht auf Liebe, dein Seelenfrieden basiert auf Abgeschlossenheit. Safe. Aber ich sage dir, finde deinen Frieden mit dieser Sache. Das sage ich dir als deinem Bruder und deinem Bruder im Islam, deinem Bruder, den du auf der Straße sitzt, nicht als Älterer mit mehr Erinnerung. Ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich würde das jedem sagen. Denk auch nicht, dass du das zum ersten Mal willst. Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich verstehe das auch immer wieder. In ein paar Jahren werde ich vielleicht anders denken. Ich will einfach nur nicht, dass dein Herz zugeht, Bruder, weil wenn dein Herz zugeht, du kriegst das nicht mehr auf. Du weißt, welche Podcast-Folge du dir angucken musst? Welche? Ich weiß nicht, wie dieser Schauspieler, und ich mag den so gerne, der hat, diese Serie gab es bei Netflix, dann haben die die weggenommen, jetzt ist die bei Disney, der in dieser Serie, es gibt zwei Staffeln, Punisher. Kenn ich, habe ich auch nicht geguckt. Ich kenne den Namen. Der hat mit Cheyenne LaBeouf, einem Podcast, Bruder, da reden die so schlimm über Vergebung, über Enttäuschung, über selber Fehler, die man anderen gemacht hat. Der Typ Cheyenne LaBeouf sagt dann so, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, dass er sich so ekelhaft benommen hat, dass seine eigene Mutter gesagt hat, am Telefon, wer bist du, was willst du überhaupt von mir so? Pack. Und er, 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 er reflektiert in dem Moment darüber nach, und er kommt auch zu der Einsicht, Liebe, es ist nur Liebe, Digga, und ich will das jetzt nicht hier darauf runter reduzieren. Alles gut, Bruder. Weißt du, ich weiß nicht, was, ich kann mir vorstellen, es ist irgendwas Gutes, was du sagst. Als kleiner Junge saß du mich im Zuhause und war es einfach traurig, dass seine Mutter so viele Probleme hat und sie damit alleine ist. Ich will jetzt hier auch nicht den Hobbypsychologen machen, die Enttäuschung sitzt in dir drin, die kriegst du auch so nicht raus. Bruder, das hat mich geprägt. Ja. Wenn das, und ich, Bro, guck mal, ich sag dir mal was, ich bin froh darüber, dass es so passiert ist, weil wäre es nicht so gekommen, wäre ich nicht der, der ich heute bin. Das stimmt natürlich. Ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn das alles nicht passiert. Das stimmt natürlich. Du hast dadurch natürlich irgendwo so ein Ehrgeiz. Die Schulen, die ich dir erzählt habe, was Mama hatte und zehn Jahre lang abbezahlen musste. Weißt du, was das heißt für eine Frau, die nur putzen geht? Zehn Jahre putzen heißt das, nicht mal ein Prozent helfen wollten im Sinne von Rokuma. Meine Mama redet dir immer gut, weil meine Mama will ja auch nicht, so wie du. Can, öffne dein Herz, sei wieder, sei ruhig, mach. Aber sag dir gleich was, das wird dich erschrecken. Warte, mein Satz noch. Wie kannst du jahrelang, wenn du weißt, dass dein jüngerer Bruder diese Familie gef***t hat, nicht mal aus deiner Tasche mal hier, einmal 100, einmal 10. Du weißt, diese Frau ist alleine, keine Familie, nichts. Wie kannst du das nicht machen, wenn du weißt, dass eure Familie, hast du recht, das geht bis heute nicht. Ich verstehe das, ich verstehe das voll und ganz. Ey, Bro, ich will mich da auch gar nicht so zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen so, du hast das 25 Jahre erlebt. Soll ich jetzt in eine Podcast-Folge kommen und sagen, er ändere dein Leben? Nein, 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 alles gut. Aber ich sage dir eine Sache, wenn du der Meinung bist, du brauchst keine Frau und du lässt auch keine Frau an dich ran, aus Gründen, aus Gründen, wie zum Beispiel, du bist berühmt und du hast so viel Scheiße erlebt. Dann werde ich alleine sterben, Bruder. Was denn? Was willst du mir sagen? Jetzt will ich dir das sagen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Du wirst keine Legis hinterlassen. Nein, nein, nein. Ich bin leise. Okay, jetzt sage ich dir das. Und zwar nicht, dass du genauso bist wie dein eigener Vater. Dass ich wie er ende, meinst du? Dass du genauso bist wie er und du das nicht mal merkst. Nein, Bruder. Wenn du so abgebrüht bist und so kalt bist, wie du gerade sagst, dass du mit Leuten so abschließen kannst und paf, paf, paf und keiner an dich ran lässt, dass alles, dass alles... Ich vergleiche deinen Vater nicht mit dir. Ich sage dir aber, wenn er sich 20 Jahre lang nicht um dich gekümmert hat oder... Er wollte sich doch kümmern. Ah, er wollte sich kümmern. Natürlich, Bruder. Aber warum hast du da nicht zugelassen? Bro, ich war ein kleines Kind, der Angst vor seinen Vater hatte, weil er auf Brot ist. Verstehst du? Nach fünf Jahren... Bro, weißt du, wo ich gewohnt habe? In Ellinghorst. Du weißt, wo du bei McDonald's ist. Rechts sind doch Gebäude mit Balkon und wo. Du weißt doch, wo. Gegenüber von dem alten Flohmarkt. Da, wo jetzt diese 5G liegen. Das ist doch Wohnung, oder? Ja. Ich war in der ersten Etage. Bro, dieser Mann ist einmal die Woche, zweimal die Woche mit Messer auf Balkon gesprochen. Scheiße. Weißt du, ich meine, das macht was mit einem... Okay, das habe ich nicht so gefeilt. Jahre später, Bruder, Jahre später, wo er sich gerafft hat, wo er auf seinen Tabletten war, bin ich doch natürlich hingegangen. Zu einem Geburtstag, zu einem... Okay, das habe ich falsch verstanden. Bis ich 9, 8, 10, 11, 12 war, ja. Aber wenn das Gehirn irgendwann arbeitet und deine Mutter dir erzählt oder dann du eigentlich alles aneinander deuten kannst, kriegst du selber den Abturn. Vielleicht ist er jetzt ein korrekter Mensch geworden, auch wenn er vielleicht nicht arbeitet oder nur in seinem... Wie lange habt ihr euch nicht gesehen? Ich sehe ihn manchmal in der Stadt. Ehrlich? Wala. Ja, wenn ich zum Beispiel Dings in den Gürtelplatz rumlaufe, manchmal läuft er mir entgegen. Der erkennt mich nicht. Und weißt du, was das Krasse ist? Ist sehr eins und eins aus wie er. Wala, wenn ich ihn sehe, ich sehe mein Schwiegelbild. Aber er erkennt er dich nicht, weil er weiß... Nein, 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 ich glaube, der erkennt mich nicht. Also, doch, aber zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich, oder er nimmt das nicht wahr. Ja, verstehe. Ich denke schon, als er die Videos guckt und so weiter und so weiter, natürlich, Bruder, er hat doch bestimmt schon ein paar Mal versucht, mich zu connecten oder so, aber die wissen, dass ich mit denen abgeschlossen habe und die versuchen es gar nicht. Wow, schwierig. Weil ich sehe die Geschwister von ihm, die gucken auf, wo wir nämlich sehen, Bruder. So weit ist es schon. Das hat mich... Bro, wir können jetzt eine Stunde darüber reden, aber wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe von mir selber, dass ich deinen Rat annehme oder auch den Rat meiner Freunde und Familie annehme, dass ich mich inshallah in ein paar Jahren mal verändere und diese Vergebung annehme, sodass ich mich wieder öffnen kann. Aber ich finde, Bro, ich kann mich gar nicht mit dir vergleichen, weil ich bin... Schau mal, es gibt einmal alleine sein und es gibt einsam sein. Ich bin zwar alleine, aber nicht einsam. Verstehst du, ich meine, Bruder? Das heißt, wenn ich... Du hast dich bewusst dazu entschieden. 100 Prozent. Ich liebe dieses Leben, was ich gerade habe, Bruder. Ich hoffe... Dann genieß es. Bro, ich sage ja nicht, ich will nicht heiraten. Irgendwann wird es doch wahrscheinlich, wenn ich mal eine date oder wenn ich mal eine so, wo ich mir denke, okay, ich will mit deinem chillen, vielleicht wird sich das entwickeln. Vielleicht. Und dann lege ich direkt los, Bruder. Dann werde ich da meine Prinzipien erzählen und dann jalla, Bruder, heiraten. Zwei Kinder, tschüss. So, jalla, weiß ich, was ich meine. Aber jetzt gerade, Bruder, der Stress lässt es nicht zu. Bruder, ich bin 25, ich fühle mich wie 40. In einem Monat kommen wieder neue Klamotten. Ich muss 300.000 investieren und hoffen, dass ich meine 600.000 wieder mache. Schaffe ich es nicht, bin ich pleite, Bruder. Denkst du, ich habe dann Zeit, wenn irgendeine Frau sich darüber aufregt, dass ich gerade im Ausland reise und meine Videos drehe, Bruder? Egal, wie sehr die das akzeptieren und tolerieren, weil die meisten, die mich kennen, auch damit wir connecten, die wissen ja, was ich mache. Aber die kommen damit verdammt nochmal nicht klar. Sie haben Angst, dass du fremd gehst, sie haben Angst, dass du das machst, das machst, du bist berühmt. Verstehst du? Und bevor ich das mit jemandem habe, Bruder, warte lieber zwei Jahre, baue meine Empfehlung auf und dann, yalla, von mir aus auch ein Dorftrottel aus dem Dorf. Weißt du, was ich meine? Ich werde nicht alleine sterben. So wie du es gesagt hast, ich werde Legacy aus meinen Eiern rauslassen. Alles klar, Bruder. Das wird passieren. Aber, liebe Bruder, glaube ich nicht dran, Alter. Ich habe so viel gesehen, Bruder. Bruder, ich habe so viele Leute gedatet, die waren verlobt, ich wusste es nicht. Du brichst Kontakt, die sind nächste Woche verheiratet. Ich habe welche gedatet, die waren verheiratet, ich wusste es nicht. Ich habe so viele, es tört mich gar nicht, Bruder. Warte, ich bin so abgetört, aber safe will sich das noch ein bisschen verändern. Und immer, wenn ich das in meinen Videos erzähle, schreibe ich mir immer von, ey, meinst du mich, meinst du mich, meinst du mich? Ich meine niemanden, Bruder. Deine Community, die sollen mal alle so ein Herz in die Kommentare, alle sollen so ein rotes, drei Herze, drei rote Herze für John Broke. Ich habe jetzt nachgeschaut, wir sind seit eine Stunde und zehn Minuten am Reden. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so schnell umgeht, weil normalerweise sollen meine Freunde in eine Stunde gehen, aber wir werden noch weitere 20 Minuten reden miteinander. Bro, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich mir dachte, was kann ich denn alles fragen? Und ich bin davon ausgegangen, vielleicht wird er die Antworten einfach schnell geben und er wird gleich auf gewisse Themen eingehen. Es macht gerade so viel Spaß, Bruder. Ich glaube, der Talk wird noch drei Stunden gehen, aber ich würde sagen, lass uns dieses Thema an der Stelle abdecken und lass uns bei den anderen Themen weitermachen. Okay. Bro, weißt du, worauf du sehr, sehr stolz sein kannst? Wo auch? Das weiß ich an dir sehr, sehr schätze. Du schreibst deine f***ten Texte alleine. Und das ist für mich so wichtig, Bruder. Du hast so viele Hits geschrieben. Ich glaube, ich kann jedes Album, wir können ja mal einen Stream machen, wenn du willst oder wenn die Zuschauer auch Bock haben, so eine Challenge, welche Lines ich von dir alle auswendig kann. Du hast ein Talent dafür, Texte zu schreiben und die sind ja nicht nur, auch wenn es mal, vielleicht mal Hausmaus oder was auch immer, die Texte bleiben im Kopf, Bruder. Die bleiben im Kopf. Leute können immer noch deine Texte zitieren, die du damals gerappt hast. Bruder, das ist ein Privileg. Wir reden gerade über, wir haben über Aufrufe gesprochen, wir haben über Millionen von Dingen gesprochen. Das ist gar nicht das Krasse. Das Krasse ist, dass die Leute deine Texte können. Du bist auf der Bühne, die rappen deine Texte mit. Ich verstehe nicht, wie andere Leute darauf stolz sein können, vorgeschriebene Texte zu rappen oder irgendwelche weibliche Künstler, die von irgendwelchen Männern ihre Texte geschrieben haben. Bruder, ich kriege einen Ekelanfall. Ich kriege einen Cringeanfall. Weißt du, was ich meine? Und darauf kannst du sehr, sehr stolz sein. Danke. Schreibst du für andere Leute noch? Nee, ich schreibe nicht für andere Leute. Hast du noch nie für jemanden geschrieben? Hier und da, aber nichts Besonderes. Kann ich mir gar nicht vorstellen, Bruder. Wale, ich glaube sogar, dass du jemand sein könntest, der locker in einer Schule deutsche Balladen schreiben könnte und dann irgendwelche Peter Foxes und sowas. Ja, aber ich will meine Zeit dafür nicht aufopfern. Ich will, weil das hat gar nichts... Hat sich das auch nie getörnt? Kam auch nie angeboten mit, ey, Fahrt, bitte schreib. Ich saß mal mit zwei, drei Leuten zusammen, hab das für die gemacht und da hab ich so gemerkt, so, warte mal, warum mach ich das überhaupt gerade hier? Um was geht das? Es macht mich nicht glücklich, es bringt Geld, aber dieser Typ oder die Frau, die da sitzt und für die ich das mache, ist voll die Etipetetitante oder voll der komische Typ, der so voll die Ansprüche hat, wo ich mir denke, das sind voll die geilen Texte und du kritisierst mich gerade, ich bin selber vor der Kasse, so, für mich selber vor der Kasse Künstler und da hab ich so gedacht, weißt du was? Das ist doch alles Kunst, Bruder. Wenn's hier nur ums Geld geht, ich brauch dein Geld nicht. Deswegen hab ich's einfach sein lassen. Das ist ja das Ding, darüber kommen wir jetzt weiterreden. Fahrt, du bist dafür bekannt, dass du in Gladbeck sehr viele Immobilien hast, stimmt das? Ja. Das stimmt, ja? Nicht nur in Gladbeck. Bottrop? Auch. Gelsenkirchen auch? Auch. Ich hab auf deinen Rat gehört, ich hab dich vor einem Jahr gefragt, aber nee, ist gar nicht so lange, ja, ich will jetzt nicht reinscheißen. Bro, soll ich mir ein Horse selber kaufen oder soll ich investieren? Dann meinst du, Can, hol für dich erstmal gar nichts. Wenn du was holst, warte paar Jahre ab und versuch zu investieren. Und wir haben ja beide einen guten Kontakt bei der Sparkasse. Ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen. So, liebe Grüße an der Mimiti an der Stelle. Er ist gerade für mich auch ein bisschen am Gucken und der hat ein schönes Gebäude für mich gefunden und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass ich mir sage, ist gut. Sechs Wohnungen, Dachboden kann man ausbauen. Hammer. Gucken, ob wir den Preis noch ein bisschen drücken können wie Geld, ich würde sagen, verpulvert. Ich war nie ein verschwenderischer Typ. Sag ich dir ehrlich. Ich habe, ich trage meine Klamotten, Bruder. Autos, die ich hole, hole ich nur aus steuerlichen Gründen. Verstehe ich meinen Unterrest, Bruder? Ihr bist nicht entweder in meine Klamotten oder in mein Equipment. Warum soll ich jetzt nicht einfach ein 100.000er nehmen, Eigenkapital, Kredite und machen? Bruder, mach das. Ich sage dir eine Sache, jeder, der diese Möglichkeiten hat, wie du oder ich, dass ein bisschen mehr Geld schon da ist, als sage ich jetzt mal beim Normalverdiener, in Anführungsstrichen. Ich will das gar nicht besser und schlechter darstellen, aber wir haben halt die Möglichkeiten, dadurch, dass wir so auf einen Schlag immer viel große Summen bekommen, du musst das machen, Bro. Du musst das machen. Du bist in einem perfekten Alter. Du könntest schon mit deinen ersten Immobilien so in 15 Jahren fertig sein. Das hat er mir auch genauso erklärt, weil zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, hat er mir das auch noch versucht zu erklären. Mach das, mach das. Aber Bro, du kannst doch nicht mit einem 18-Jährigen oder mit einem 20-Jährigen, der mal ein bisschen Geld mit YouTube irgendwie erklärt, ich bin mal geliebt, mach das und das. Er sagt mit Can, wo du entscheidest, was verändert werden muss und was nicht. Top, weiß ich meine. Und du bringst ein Kapital mit. Man kann so viel machen und das werde ich jetzt tun, Bruder. Mach das. Und ich sage dir, das wird dir auch Spaß machen, weil das ist so ein Ding, wenn du diese Immobilien-Sache machst, es bringt so eine Zufriedenheit, so eine Gelassenheit, weil du siehst, deine Immobilie arbeitet. Wie viele Immobilien hast du? Viele, Bruder. Viele. Tun nicht so und sag nicht. Du hast es in deinem Lied gesagt. Ich habe es auch gerade am Anfang gesagt, Bruder, so circa 150. Krass, Digga. Bro, mit wie viel Kapital hast du angefangen, als du deine erste Immobilie geholt hast? Bitte sag die Summe. Bitte. Aber ich hatte auf dem Konto, als ich angefangen habe, habe ich nicht mehr als 200 gehabt, aber ich habe auch nicht alle 200 benutzt. Ich habe, ich sage dir auch gleich was Lustiges, wer mir dazu geholfen hat, also wer mich dazu beraten hat, ganz am Anfang. Ich glaube, für die Erste habe ich 120 selber dazu getan. Aber damals waren die Preise auch ganz anders. Vor zehn Jahren. Weißt du, wie sehr ich mich über meine Familie aufrege, dass ich dumme Autos Geld rausgegeben habe oder für dumme, Bro, du könntest ganz, man hätte vor zehn Jahren ganz Geld wegkaufen können. So, das Ding ist, genau da habe ich ja angefangen und das Ding ist, ich saß bei der Bank und ich hatte mein, ich habe original, ich bin glaube ich einer der letzten Menschen auf dieser Erde, der noch so ein altes Sparbuch hat, so ein richtiges Buch, so aus Kindheitstagen. Ich habe das nie aufgelöst, aber die werden mir das irgendwann wegnehmen, das ist so nur eine Frage der Zeit. Aber auf diesem Buch habe ich immer noch eingezahlt, viele Jahre, vor vielen Jahren noch eingezahlt. Wie viele mal im Monat? Im Monat kann ich es nicht sagen, wenn mal so ein 30 irgendwie da war oder ein 20, habe ich direkt auf dieses Spar, das ist draufgeballert. Und dann haben wir irgendwann 200 da drauf und dann hat das eine türkische, ältere Dame gesehen, als ich wieder Geld drauf gezahlt habe. Da meinte ich so, was machst du denn die ganze Zeit damit? Du kommst hier jeden Monat, zwei Monate einmal eingelaufen mit Geld so und bringst es hier drauf. Was ist dein Ziel? Ich sage so, ich spare mein Geld für was Großes. Die so, ja dann fang doch mal an mit Immobilien. Das war eine ältere türkische Frau, die war so 53, 54 und die hat mir eine Sache mit auf den Weg gegeben. Die so, ich habe ihr dann erklärt, ich mache Musik, die Stars, blablabla. Ich glaube, die ist auch mittlerweile schon lange in Rente. Die hat mir damals gesagt, mach das mit den Immobilien und ich war so unsicher, weil ich wusste nicht, was bringt mir das, was kann man damit machen? Und sie hat mir gesagt, guck mal, ich bin jetzt 53, 54, ich weiß nicht mehr genau. Sie hat gesagt, ich komme nicht mehr hinterher. Jeden Tag komme ich hier hin, irgendwas ist upgedatet auf der Software, ich muss trotzdem machen und die Jungen, die laufen mir den Rang ab und ich komme einfach so mental, es fällt ihr schwer, hat sie gesagt. Das ist mit dem Alter nicht besser und sie sagt, ich wünsche es dir nicht, aber du wirst irgendwann vielleicht auch an einem Punkt kommen in deinem Leben, wo du nicht mehr Lust hast, jeden Tag dich anstrengen zu müssen, damit was kommt. Sie sagt, du hast jetzt... In dem Leben bin ich gerade hardcore drinne, Bruder. Hä? In dem Lifestyle bin ich halt hardcore drinne. Das du machst, du machst, du machst. Natürlich, Bruder. Aber ich will da raus, ich will jetzt auch, wie du investieren machst, dass ich mich irgendwo absichere. Ich habe es bisher noch nie gemacht. Ich habe letztes Mal, ich gucke mir oft so, ich höre mir oft Podcasts an oder so, ich nehme von niemandem den Ratschlag in dem Sinne an, dass ich jetzt wie so ein Idiot so irgendwelche Coachings kaufe oder so, aber ich höre mir alles an von diesen Vermögensleuten und so und das. Und immer noch, immer noch, immer noch, sage ich dir, die besten Investitionen sind, wenn du dein Portfolio abdecken willst, Immobilien, Aktien und Gold. Immer noch. Also wenn einer kommt... Du kannst ja sagen immer Gold, Bruder. So Gold, Bruder, ich liebe Gold. Ich höre, ich bin süchtig nach Gold. Bruder, ich kann da gar nicht drüber reden, wie behindert ich nach Gold. Aber physisches Gold, ich muss das haben. Ich kann das nicht so auf Papiere kaufen, Pola dann, ich habe Schließfächer und Bruder, ich sage dir, Gold ist der Shit, Bruder. Ich sage dir nur ein Beispiel, ich habe Gold angefangen zu kaufen bei 27 Euro. Guckst du jetzt selber, wo Gold steht, weißt du dann, also 99, 999er Gold, ne? Sei dir alles gegönnt, ja, Bruder, sei dir alles gegönnt. Sind die Immobilien schon abbezahlt? Teilweise sind welche abgezahlt, teilweise laufen welche, aber es gibt auch... Wann bist du durch? Wann sind alle abbezahlt? Das ist verschieden. Manche habe ich ja billig, sehr billig eingekauft, manche sind ein neueres Baujahr, die habe ich ein bisschen teurer eingekauft, die sind dann für die Kids irgendwann mal so. Also ich habe das breit gestreut. Bruder, lebst du in einem Haus oder lebst du in einer Wohnung? Ich lebe in einem Haus, wo ich in einer Wohnung drin lebe. Was dir gehört? Genau. Was noch andere Leute da vermieten lassen. Genau. Krass. Also ich lebe in einem Dreifamilienhaus, das mir gehört und ich lebe oben, da ist so eine Zwei-Etagen-Wohnung, 150 Quadratmeter und da habe ich es mir gemütlich gemacht. Wie lange lebst du schon so? Boah, schon ein paar Jährchen. Fünf, sechs Jahre. Okay. Aber das Lustigste ist, ich erzähle dir das mal, weil wir jetzt hier... Als Kind. Ja. Bro, dich haben viele Leute geärgert. Immer wieder manchmal einer schreibt aus dem Bus raus, er geht raus, ich das, ich das und weil man ja die Person sieht in der Stadt, weiß man auch vielleicht, wo die wohnt. Ich als Kind dachte immer, du wohnst am Goethe-Platz. Habe ich auch gewohnt. Da am Juhi-Platz? Hast du am Juhi-Platz gewohnt, da bei der Polizeiwaffe oder wo warst du gewohnt? Da habe ich später alleine gewohnt. Okay. Aber am Goethe-Platz habe ich mit meinen Eltern damals gelebt. Okay. Und das Ding ist, aber ich komme ursprünglich aus Zweckel. Ich wollte gerade sagen, du kommst aus Zweckel, weil die Irana, die in meiner Familie wohnen, die kennen dich auch. Ja. Die haben auch gesagt, die wohnen in Zweckel und alle Irane waren meistens dort. Genau. Also wir waren in Zweckel, in diesen Hochhäusern. Mhm. Da waren alle Kanaken. Wusstest du, dass der auch im Internet war? Vor zwei Jahren, dieses ganze Gebäude, wo du gelebt hast? Echt? Für zwei Millionen. Nein. Ich schwöre bei Gott. Scheiße, hätte ich kaufen müssen. Ja. Einfach aus Prinzip. Wahrscheinlich hast du schon so viele deine Kassenreiche mehr geguckt. Ja, das war es denn bei der Anfangszeit, als du damit angefangen hast. Du hast eine gekauft. Hast du dann weitere... Ich habe richtig Blut geleckt. Als ich die erste gekauft habe und drei, vier Monate auf mein Konto geguckt habe und verstanden habe, wie das Prinzip läuft, dass jeden Monat so viel Geld übrig bleibt und trotzdem das andere bedient wird, also die Rate und der Zins etc. Und dann habe ich verstanden, warte mal, wenn du damit auf Masse gehst, dann hast du trotzdem schon jeden Monat 30, 40.000 Euro Einnahmen, obwohl das Ding sich noch am Tragen ist. Und dann habe ich ganz schnell verstanden, okay, ich muss Gas geben. Ich muss das anhäufen, weil ich habe eine Sache schnell verstanden. Ich habe zu einer Zeit gekauft, da waren Immobilien bei einem 13er, 14er, 12er Faktor. Das ist nichts. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass ich zu jeder Besichtigung, wo ich gegangen bin, plötzlich 30 Leute da waren. Ich so... Und dann habe ich gemerkt, dass die Verkäufer zu dem Zeitpunkt damals noch nicht verstanden hatten, dass die Preise dem Zins angepasst werden müssen. Genau. Weil die Zinsen sind so nach unten. Das hast du ja alles auch erwähnt. Und die Preise sind so... Aber da geblieben, wo eigentlich die Preise waren, als die Zinsen bei 7 waren, bei 8 Prozent. Deswegen sage ich doch, Bruder, es spielt keine Rolle, ob dir jetzt ein Haus kostet für die Investition, weil du musst es so vom Preis anpassen, dass das Ding sich von selber abbezahlt. Er spielt keine Rolle, weil die Leute sagen, nee, der Zins, sorry, ich kann nicht, ich kann nicht. Im besten Fall bleibt ja auch viel übrig. Aber weil du sagst, ich kann nicht, ich kann nicht. Du darfst eine Sache nicht vergessen, Bruder. Die Banken, aber ich erzähle gleich auch noch was Krasses darüber, die Banken wollen auch nicht jedem einen Kredit geben. Also in diesem Volumen, also in diesem Volumen. Boah, bei mir ist es schon so, die Sparkassen, die sagen, wir wollen dir nicht mehr gehen. Ey, bleib mal entspannt, ich mal suchen. Aber du sonst ganz glabbig übernimmst, und alles dir gehört. Und das Ding ist halt, ich sag dir eine Sache. Kann man schon sagen, dass du der am meisten Immobilienhabende Menschen glabbig bist? Nein. Gibt's mehr? Da gibt's so einen Typ. Glaube ich nicht. Doch, der ist so 60, 70. Der hat so eine Handwerksfirma damals gehabt und der hat so gekauft wurde. Kenn ich den? Nein, der ist 60, 70 Jahre. Ich kenne den auch nur vom Namen. Die Bank hat mir immer so, wie so nebenbei. Aber der ist schon 70, wo der ist fertig. Der ist so, der chillt nur noch. Hast du eine Immobilienglappig, ein Bungalow, wo du vermieten lässt? Hast du nicht, keine Bungalows? Mein Traum ist ja Bungalow, Alter. Echt? Aber die kannst du gut schnappen eigentlich. Schwer. Die meisten haben immer so Oh, boah. Guck mal, den Satz habe ich mir ein bisschen jetzt aufgehoben. Bro, du hast Geld. Ich habe Geld. Du reist viel und du hast sehr viel gesehen. Wie auch ich wahrscheinlich. Mein Leben besteht ja seit drei Jahren daraus, dass ich nur reise und alles sehe auf dieser Welt. Und davon träumen mir sehr viele Menschen. Aber Fahrt, was gibt es für ein geileres Gefühl, wenn man am Düsseldorfer Flughafen landet, nach Hause fährt und die Gladbeck-Auswahrt sieht? Weißt du, wie viel? Es gibt nichts Geileres, oder, Bro? Es gibt nichts, egal, wo man auf der Welt liegen geht. Wenn du diese Gladbeck-Ellinghorst, also bei mir Gladbeck-Ellinghorst-Auswahrt siehst, Bruder, dann ist... Geht mir auch so. Deswegen sage ich ja, mein Traum ist es, wenn ich in Gladbeck bin, Bruder, keine Ahnung, entweder im Wittring irgendwo... Gladbeck gibt es aber nicht viele geile Häuser, diese Häuser... Wittring oder in Gladbeck-Auswahrt. Da gibt es gerade eins zum Verkaufen, 700... Habe ich gesehen. Ich zahle aber jetzt keine 800.000, ich investiere lieber. Dass ich investiere in Immobilien, dass es... Bro, eigenes Haus mache ich in fünf Jahren oder in zehn. Investieren und in zehn... Bruder, ich habe... Wofür braucht ein 173 Mensch ohne Frau gerade ein Haus? Ich bin hier nur am Arbeiten. Das Lustige, was ich dir noch sagen wollte, ich hatte schon Mehrfamilienhäuser, also ich habe schon mehrere Mehrfamilienhäuser gehabt, da habe ich selber noch auf 39 Quadratmeter... Glaub ich dir? Also ich habe so richtig so eine kleine Butze gehabt, der hatte nicht mal einen Balkon oder der hatte schon... Warte, mehr? Da wurde gesagt, das ist eine Nähe vom UV-Park. Ah, okay. Das war meine Wohnung. Das war meine Single-Wohnung. Da kannte mich jeder im Haus hinterher, weil ich so da zu dem Zeit richtig wild unterwegs war. Ich kam manchmal früh um nachts Tür aufmachen, hier, gepennen, halt die Schnauze und da hatte ich schon Mehrfamilienhäuser. Da habe ich auf 39 Quadratmeter gelebt, 270 Euro Kaltmiete, 40, 50 Euro Nebenkosten. Das war ein Träumchen, Digga. Ich hatte aber auch keinen Anspruch an mich selbst. Ich bin ein sehr pragmatischer Typ. Ich hatte mein Zimmer, wo ich gepennt habe. Ich hatte mein Zimmer, wo eigentlich hätte mein Wohnzimmer sein müssen, aber wo war ich denn? Ich war draußen mit Kollegen oder ich war im Studio so. Das war mein Leben oder ich war aufs Tor irgendwo und dann erst, als meine Tochter auf dem Weg war und so, habe ich gesagt, hast du wirklich jetzt einen Familienvater, den man sich aus dem Märchenbuch vorstellt, dass du dich wirklich nur um deine Tochter kümmerst? Ich hoffe, dass ich das bin, aber ich sage dir eine Sache, es gibt für mich nichts Wichtigeres als meine Tochter und meine Eltern. Ich bin wirklich, selbst wenn ich es mal nicht schaffe, mit meiner Tochter zu sein, sehe ich zu, dass ich sie zumindest vom Kindergarten abhole, damit sie diese halbe Stunde mit mir hat oder so, aber sonst bin ich wirklich jeden Tag mit meiner Tochter. Ich versuche auch viel auf ihren Kopf, auf spielerische Art, so wie ich erzähle viele Geschichten, ich mache viel mit ihr, ich gehe mit ihr schwimmen, ich gehe mit ihr spielen, ich, äh, ich unternehm... Gehst du Sportparadies? Nee, ich gehe... Ich rede gerade so, als wäre die Kamera nicht. Ja, ja, ja. Aber ich gehe viel mit ihr schwimmen, sie kann auch mittlerweile gut schwimmen, so für ihr Alter, so. Schön. Es ist, es ist, die letzten Jahre waren einfach für mich wirklich ein Geschenk Gottes, so, was ich hier alles erlebt habe, jetzt gar nicht mal auf Musik bezogen, sondern wie mein Leben sich verändert hat zum Positiven. Ich bin auch sehr viel mehr im Reinen mit mir, als ich jemals früher war. Richtig, ich komme auch mit dem Alter. So, ich glaube, es kam auch viel mit dem Kind. Man sagt auch noch, ich weiß nicht, bei euch sagt man das auch, manche Kinder bringen Better Cat mit sich. Auf jeden Fall. So, und dieses Kind hat so meine komplette Denkweise umstrukturiert. Und das Lustigste ist, ich sehe meine Tochter und ich sehe so, wenn sie so Faxen macht und mir auf die Nerven geht und ich sehe mich zu einem Million Prozent und das triggert mich noch sehr. Das hat doch unsere Eltern immer Bart ab, wenn du Kinder hast. Ich schere. Ab, wenn du Kinder hast. So lustig. Ich denke mir so, okay, wäre ich ein strenger Vater oder nicht? Keine Ahnung. Bro, du weißt, wie ist es, kein Geld zu haben? Du weißt, wie ist es, sehr viel Geld zu haben? Und jetzt gerade geht es ja auch sehr gut. Alhamdulillah, sage ich, alles gegönnt. Jeden, der hart arbeitet und was aus seinem Leben gemacht hat, plus Talent hat, Bruder, ich gönne es ihm vom Herzen. Was, als du dein erstes größtes Geld hattest? Oder fragen wir die Fragen ein bisschen anders. Für was gibst du dein Geld gerade aus? Für nichts. Gar nichts, ne? Ich dachte immer als Kind, Bruder, boah, wenn ich mal meine Million habe oder dann hole ich mir das, dann mache ich das, das Auto jetzt nicht abgeben oder was auch immer. Aber es ist nicht, kennst du diese Menschen, die es als Privileg haben, für ein Auto zu leben oder für ein Dings zu leben? Ja, aber du darfst eine Sache nicht vergessen, Can. Du machst den Denkfehler, du redest jetzt aus der Perspektive, wo du hast. Aber nichts zu haben und zu sehen, tut mehr weh. Zu haben und zu wissen, man könnte, wenn man will, bringt eine Zufriedenheit und eine Gleichgültigkeit des Materialismus mit sich. Zum Beispiel, ist dir dein Auto und ich denke, ein geiles Auto hat der, aber... Das Auto, was du siehst, gehört meine Mama. Aber als Recher geholt, das Glückwunsch erstmal. Danke. Was ich damit sagen will ist, dadurch, dass ich das selber auch mir holen könnte, aber ich war auch nie, das ist toi, 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 wirklich, da bin ich sehr dankbar drüber, auch als ich nichts hatte... Haben dich Autos nie gejuckt? Das erstens nicht und zweitens, ich hatte niemals, ich danke Gott dafür, ich hatte nie einen Neidcharakter. Ich habe noch nie in mein Leben auf jemanden geguckt und habe mir gedacht, warum hat der das und ich nicht? Ich habe mir immer nur gedacht, ey, ich muss auch kämpfen. Genau, so war ich. Ohne, Bro. Warum soll ich mir mal... Aber es gibt sehr viele Menschen, Bro, das unterschätzt das nicht, ne? Die sind auch vielleicht in deinem Circle oder nicht in deinem Circle oder in meinem Circle. Ich glaube nicht, Bruder, mein Kreis ist so klein. Ich will jetzt nicht deinen Kreis angreifen. Ich meine einfach so, ich hätte auch mich als Beispiel nennen können. Die tun so, als ob die dir das können, aber die können das gar nicht ertragen, Bruder. Das kann jeder sein. Das könnte dein bester Freund, nicht du jetzt allgemein geredet. Safe. Alle versucht mitzuziehen, alle so gleich aufzubauen. Man kann natürlich nicht jeden retten und jeden... Ich wollte gerade sagen, es ist nicht meine Lebensmission, jeden zu retten. Das ist es nicht. Ich tue immer mein Bestes und... Aber ich kippe, wie gesagt, mein Geld echt nur für meine Tochter, für mich selber so. Reist du, Bro? Ne. Auch nicht? Ich bin... Guck mal raus aus, Klappberg. Geh mal sehen wir bis in ein paar Länder. Habe ich ja. Ich habe in vielen Ländern Videos gedreht. Brasilien, Miami, Vegas... Wie fannst du Miami? Nö, ich fann Miami. Plastik. Aber ich hatte den Vorteil... Vegas war geil. Ich hatte einen Typen dabei in Miami, der da gelebt hat. Und dadurch bin ich in so ein paar Sachen reingekommen, die man so als... Turi und... Das war bei mir in New York. Ich habe da einen guten Kollegen. Wenn du jemanden hast, der sich auskennt, das ist ganz anders, Bruder. Natürlich. Wir waren in Little Haiti. Das war schlimm, Digga. Da kam irgendwann so ein Typ. Und die sehen halt so... Die Jungs sehen halt so erstens sehr jung aus, zweitens tragen die Klamotten oder zu dem Zeitpunkt haben die Klamotten getragen, die wir hier auf der Straße nicht ernst genommen hätten. Die hatten teilweise so... Kennst du so aus so Filmen, wenn die ihre Käppchen so halbschräg haben mit Smiths so... Aber trotzdem das Motherfucker... Bruder, kam einer, der sah aus wie ein Baby, die hatte so die Käppchen so schräg auf, so dies, das, kommt so und der ist so leicht gerumpelt. Dann sag ich so, was ist los, was passiert? Wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Bruder, dann zeigt er mir... Seine Stichhunde, ja? Nein, der hat... Stichhunde wäre gut. Wir haben denen das halbe Bein Fleisch abgenommen, aufs Bauch getan, hierhin getan, der wurde einfach... Da saß du im Auto bei so einem Burger, irgendwie so einem Burger dann, sein Fenster war so halb runter, dann kam einer und hat einfach achtmal auf den so geschossen. Überleg mal, du nimmst dir die Zeit so achtmal, auf jemanden so zu ballern und der Typ war neunzehn, Digga. Und das deren Alltag und für die war das nicht so, oh mein Gott, was ist dem passiert? Das passiert den Tag täglich. Da war einer, der hat uns da da rumgeführt, der war da so ein bisschen so der Abi von denen, der war aber auch selber noch voll jung, 25, 26, der hatte so krasse Dreads und sah richtig stabil aus. Den habe ich dann gefolgt auf Instagram und der hat noch am gleichen haben, wo wir da in Little Haiti gedreht haben, so ein Video gepostet, wie die so über irgendeinen Typen, also er hatte damit nichts zu tun, so ein Leichentuch drüber gemacht haben und hat da so einfach so drüber geschrieben, so jemand hat voll nicht aufgepasst beim über die Straße gehen. So, wo ich dachte so, wie geht der mit dem Tod? Von Leuten aus dem Leben war das und dann habe ich in Miami nochmal so einen anderen Typen kennengelernt, der ist da so lang gelaufen mit so einem kleinen Jungen, der war so 14 und wir quatschen, wir quatschen, was machst du mit dem Jungen? Er ist so, er ist mein kleiner Neffe, ich würde ein bisschen spazieren, damit er mal was anderes von Miami sieht, als nur diese Scheiße, wo du aufwächst, irgendwo in diesen Downtowns, dann meinte ich so, was trägt der da? Dann hat der so eine Brosche von so einem anderen 14-Jährigen, den die einfach abgeknallt haben. So eine verirrte Kugel hat den weggemacht. Digga. Bruder, das ist so unrealistisch, Digga, das ist bei denen so voll gang und gäbe in diesen Rutsch da, wo du halt aufwachst, also wo ich mir sage, ey Digga, wie geil ist es eigentlich hier groß werden zu können? Was kann dir hier großartiges passieren? Nichts, Bruder. Wenn du dich benimmst und Respekt zuholt, kann dir gar nichts passieren. So. Bro, wir reden seit anderthalb Stunden und ich hätte niemals gedacht, dass unser Gespräch so locker wird. Wir machen nochmal zu meinem neuen Album. Das wollte ich gerade sagen. Hey, Leute, wenn ihr wollt, dass wir noch einen Zweienteil drehen sollen, dann gebt diesen wieder einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, folgt, fragt auf Instagram. Was hast du noch, Alter? Hast du noch Facebook, Alter? Instagram, Facebook, hier drei Uhr mehr Tatsch-CDs für euch. Schreibt in die Kommentare, warum wir eins klingen. Als Kind hatten wir kein Geld gehabt, um uns diese CDs zu kaufen. Wir haben deine, ey, mach deinen Hack, ich habe deine Alben alle runtergeladen. Ich habe schon deine Beats benutzt gehabt für Videos, dass man hier im Hintergrund abläuft. Geil, Bruder. Ich bin wirklich sehr stolz drauf. Ich bedanke mich recht herzlich. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. An der Stelle, Leute, bedanke ich mich auch für die erste Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass die Folge auch viral geht, weil das war eine Influencerin, Bruder, und ich habe es ja schon am Anfang dieser Folge gesagt gehabt. Für mich ist es nicht wichtig, ob jemand einen Überhype hat, ob er größer ist als ich oder kleiner ist als ich. Für mich ist es nur wichtig, dass man einen coolen Talk hat, Bruder. Und das war der Beweis, dass wir einen richtig geilen Talk geführt haben, weil für mich kam es nicht vor, als hätten wir seit anderthalb Stunden oder seit 1 Stunde und 40 Minuten miteinander gesprochen. Und da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich habe Notizen gemacht, Bruder, wo ich dir noch 10 Sachen aufmachen kann, wo wir reden könnten, aber das machen wir dann demnächst. Sehr gerne, sehr gerne. Danke fürs Einschalten. Pass auf euch auf. Peace. Dankeschön, Bruder. Danke. Danke, Bruder. Ich danke dir. Vielen Dank.